Herzlich Willkommen zu Defner & Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Mein Name ist Schmidt, Karl-Matthias Schmidt. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 251 und normalerweise würde ich jetzt sagen, lieber Defner, aber ihr wisst es ja, der Defner ist in die Skiferien gefahren, was doch so eine neue Ehe alles ausmacht. Ich glaube, Skifahren war der schon seit 100 Jahren nicht mehr. Kommt eine Frau, schon fährt er Ski. Aber ich habe euch jemanden gebracht, den ihr euch auch selbst gewünscht habt, also Kundenwunsch würde ich es mal nennen. Das ist auch ein Franke wie der Defner und ist auch in einer ähnlichen Alterskohorte wie der Defner. Bei den Kindern ist er dem Defner ein bisschen voraus. Er hat nämlich fünf Kinder, hat aber selber auch einen Podcast, der heißt Klug Anliegen. Und er heißt Karl-Matthias Schmidt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Holger, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, und wir haben dich ja heute auch schon bei All das Wachstum vorgestellt, als Karl den Disruptor oder den Zerstörer. Und natürlich wollen wir auch erst mal erklären den Hörerinnen und Hörern, warum du, Karl, der Disruptor bist und auch so ein bisschen deine Herkunft mal beleuchten. Und du hast ja 1994 die deutsche Aktienkultur vorangebracht und hast eigentlich, würde ich mal sagen, den ersten richtigen Online-Broker gegründet. Vielleicht erzählst du kurz, was da los war, was dich da getrieben hat und warum du das damals gemacht hast. Ja, du hast schon recht. Das war quasi Trade Republic, nur damals ohne App, sondern nur mit einem Internet-Frontend. Ja, was hat mich getrieben? Ich war damals Student an der Uni in Nürnberg und ich war dort in so einem Aktienclub, so richtig deutsch, so richtig schön in einem Club organisiert und wir haben einmal die Woche über die Märkte gesprochen. Und danach saßen wir dann beim Bier und haben uns geärgert, dass es in Deutschland überhaupt keinen Anbieter gibt, wo ich kostengünstig eine Order absetzen kann, wo ich sofort auch eine Ausführungsbestätigung bekomme, wo ich vielleicht auch ein paar Charts habe. Man vergisst es, wir waren damals, sind wir durch die Banken gelaufen, haben uns Chartbuchs ausgeliehen. Das war damals Gold, zum Beispiel über japanische Warrants. Solche Chartbücher gab es gar nicht so frei am Markt. Naja, und... Vielleicht erklärst du nochmal den Leuten, wie das war damals, wie man damals eine Order machte. Wir nehmen mal an, wir wollen nicht gleich bei japanischen Warrants einsteigen, sondern wir nehmen mal einfach an, wir wollen eine BASF-Aktie kaufen. Wie funktioniert das damals? Mit Menschen mal verstehen, wie das war. Das ist ja fast so, als ob ich meinen Kindern erklären musste, hier stand mal die Mauer. Und dann denken die, hä, hier stand eine Mauer. Und so ist wahrscheinlich jetzt, wenn du den Leuten erklärst, wie man früher gehandelt hat, ist ähnlich verwirrend. Erzählst du das nochmal ganz kurz. Also entweder ich bin, man ist wirklich in eine Filiale gegangen und hat dann die Order aufgegeben. Aber in der Regel haben die Kunden angerufen, haben gesagt, ich will jetzt ein paar BASF kaufen, 100 Stück, bitte erledigt das mal für mich. Und das hat dann immer ein Prozent gekostet, egal ob man Beratungen gewollt hat oder nicht. Und das war natürlich auch alles von der Ausführungskurse, die musste ich entweder wieder anrufen oder ich habe zwei Tage später auf die Post gewartet. Es gab keine Charts im Web, weil es gab ja das Internet damals noch nicht so richtig. Und du siehst daran schon, dass sozusagen die Situation für einen Anleger, der selbst entscheidet, echt mies war. Und so saß ich dann eben in der Kneipe mit meinen Studentenfreunden und haben gesagt, das gibt es doch gar nicht in Amerika, gibt es Charles Schwab, da kann ich kostengünstig handeln an den Börsen wie ein Profi. Naja, und dann war irgendwie die Idee, komm, lass uns das doch einfach auch mal in Deutschland machen. Und da ich aus einer Bankersfamilie kam, hatte ich so ein bisschen bessere Voraussetzungen, um am Ende dann auch das umzusetzen. Und ich habe das dann mit einem Kommilitonen gemacht und haben uns hingesetzt und Businesspläne entwickelt und dann irgendwann Konsors gestartet. Aber jetzt musst du vielleicht mal sagen, weil wir vielleicht viele, Karl Matthäus Schmidt, da klingelt es nicht bei allen. Du kommst aus einer Bankiersfamilie, ich glaube, sechste Generation Banken habt ihr gehabt. Du bist also schon quasi damit aufgewachsen und du kommst jetzt nicht wie jemand, der irgendwie im Ghetto gewohnt hat, der jetzt sagt, ich will meinen FOMO hier mal machen, ich mache jetzt mal hier Banking. Das war schon, dass du ein bisschen mehr geprägt worden bist, auch im Elternhaus. Und du musstest dann wahrscheinlich nur noch mit der Idee, deinen Vater überzeugen, der sagt, okay, machen wir. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder musstest du wirklich dann auch noch rumrennen und versuchen, Geld einzutreiben bei Investoren? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber also erst mal Mittelstand. Also ich komme aus einer Mittelstandsfamilie, da war das also ganz, sozusagen alles ganz geerdet und normal. Und ja, ich musste schon viel Überzeugungsarbeit leisten, weil mein Vater war ein Kreditmann. Also der hatte von Börse und so weiter eigentlich wenig Ahnung und auch wenig Leidenschaft. Aber ich war schon ein ordentlicher Börsianer, nicht nur durch die Zeit an der Uni, sondern davor auch schon. Und von der Seite musste ich ihm dann erklären, was wir machen. Aber er hat es dann irgendwann verstanden, hat gesagt, cool, mein Sohn, der will unternehmerisch tätig werden. Also das will ich doch am Ende unterstützen. So haben wir dann quasi mit einer Submarke, mit Consors quasi dann gestartet. Also es war schon ein bisschen Arbeit, aber am Ende hat es, wie du siehst, gut geklappt. Und es war jetzt so, ihr habt dann die Regulierung, hattet ihr dann schon, weil Regulierung ist in Deutschland immer ein Thema, ich kann nichts aufmachen bei Regulierung. Das habt ihr dann über die Bank des Vaters gehabt, da hattet ihr die Bank reguliert und dann musstet ihr nur noch eine sogenannte Unterabteilung gründen, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt hier halt noch Online-Brokerage dazu. Ja, ja, genau. Und dann musstet ihr deinem Vater reagiert haben, wie ist das Geschäftsmodell, wie funktioniert das? Sohn, wie machst du denn Geld damit? Fragt er wahrscheinlich. Und dann sagst du... Ja, es war schon noch ein bisschen komplizierter, weil es gab ja damals keine einzige Bank oder einen Broker, der zum Beispiel über das Internet eine Order entgegengenommen hat. Das gab es alles gar nicht. Und damals war der Handel auch noch mit Menschen organisiert. Wir waren damals dann wirklich die erste Bank, die vollautomatisch an die Börse geroutet hat und auch wieder zurück. Normalerweise gab es dann wirklich Menschen, die die Ausführungen gemacht haben. Also das war schon noch ein bisschen Arbeit, dann zu starten. Aber klar, ich habe ihm dann das Business-Modell erklärt. Das hat er dann aber auch so weit verstanden, dass sozusagen, wenn die Kunden aktiv sind, am Ende sozusagen mehr Erlöse erwirtschaftet werden. So schwierig ist das ja nicht. Okay, also ich habe an Provisionen verdient. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie viel kostete, wenn ich jetzt die 100 BASF-Aktien gekauft habe, normal so, ich gehe zur Sparkasse oder zur Bank oder rufe da an und mache da die Order. Und wie viel hat die bei euch gekostet, um mal zu sehen, wie disruptiv das wirklich war damals? Naja, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro Order oder Mark Order gemacht hast, dann hat es in normalen Bank 100 Mark gekostet. Und wir haben das damals, ich glaube, wir fingen an mit 10 Mark eine Order. Das ging aber dann auch weiter runter. Also du siehst schon, das war ein Zehntel oder weniger wie ein Zehntel. Und damit haben wir schon ganz schön disruptiv agiert. Aber am Anfang war das auch ein ganz mühseliges Geschäft, weil es kannte ja keiner in Deutschland sowas. Also wir mussten wirklich wahnsinnig viel Veranstaltungen machen, wahnsinnig viel den Menschen erklären, was wir jetzt tun. Weil für die war das alles irgendwie komplett Neuland. Und wir hatten dann so ein bisschen einen Booster durch die Telekom-Emission, wo dann sozusagen auf einmal dieses Thema dann viel breiter wurde. Und dann kamen die ganzen IPOs dazu und so weiter. Und dann entstand da wirklich ein Bum. Dann kam der neue Markt und dann ging es richtig los. Dann kam der richtig große Bum. Und dann kam auch das FOMO. Ganz Deutschland wurde von FOMO erfasst. Und ich erinnere mich noch, da gab es dann in der Bild-Zeitung auch diese Schlagzeilen. Ein Lehrer fragt, wozu muss ich noch arbeiten, wenn ich doch reich werden kann, durch das Zeichnen von Neuemissionen. Und wie ging das dann bei euren Kundenzahlen los? Also vielleicht kannst du so ein bisschen mal die Kurve erklären, wie sie dann nach oben ging und was sich da abgespielt hat und was dann bei euch passiert ist. Ach, das war völlig verrückt. Und vielleicht fange ich mal bei den Mitarbeitern an. Wir waren zu fünft, wie wir gestartet haben. Und in der Spitze waren wir zugegebenermaßen dann auch teilweise im Ausland über 1300 Mitarbeiter, bevor dann der Crash kam. Und du kannst dir vorstellen, das war für mich auch als junger Mensch unfassbar eine Herausforderung, das alles irgendwie zu managen. Weil am Anfang haben wir Entscheidungen, ich sag mal über 5000 Euro getroffen. Auf einmal mussten wir ein Rechenzentrum für 10 Millionen entscheiden. Das war schon wirklich irre. Und die Kundenanzahl war quasi von null. Wir waren dann sehr schnell auf über eine halbe Million Kunden. Und später noch mehr. Das war schon auch eine wahnsinnige Herausforderung, sodass ich gar nicht so richtig zum Genießen gekommen bin, weil wir ja so viel zu tun hatten. Du musstest immer Rechnungen unterschreiben. So, die nächsten Millionen. Hey Chef, wir haben wieder eingestellt. Wenn man dann irgendwie so viele auf der Payroll hat, so viele Menschen. Und war das dann, das hätte aber im Zweifelsfall dein Vater zahlen müssen? Oder wie war das Konstrukt gebaut? Also wenn jetzt das ganz am Anfang schon schief gelaufen wäre, dann wäre das doch über die Schmidt-Bank dann gelaufen? Oder wie muss ich mir dieses Konstrukt vorstellen? Also gab es so ein Bailout vom Papa? Genau. Also die ersten drei Jahre, die noch mühselig waren, die hat quasi der Vater investiert. Aber wir waren nach drei Jahren schon profitabel, weil wir ganz viele Umsätze gemacht haben. Und diese ganze Boom-Phase war sozusagen eine profitable Boom-Phase. Und wir haben Geld verdient, weil unsere Kundenentwicklung so rasant war und die Kunden natürlich auch viele Transaktionen gemacht haben. Das war schon wirklich verrückt und ja, eine tolle Zeit. Und dann habt ihr einen Börsengang auch noch gemacht und durftest du dann auch an der Glocke läuten? Ja, ja, wir haben einen tollen Börsengang gemacht. Der hat auch Spaß gemacht. Wir haben an die großen Banktürmen Projektionen gemacht. Eure Architekten sind kreativer als eure Gebühren. Das haben wir doch dran gemacht. Eure Töne sind so hoch wie eure Gebühren. Also wir waren schon ein bisschen frech. Ja, wir waren schon ein bisschen frech. Du warst noch als Tonschuhbanker bekannt. Ich erinnere mich, der Disruptor, der als Tonschuhbanker bekannt war. Und dann hast du ja da Karriere als das gemacht und dann ging es nach oben. Und dann war der Börsengang, wann war der genau? Der war 99. 99. Und dann wie ging es los, Ausgabepreis und wie hoch ging es und wie reich warst du in der Spitze? Das wollen immer meine Kinder wissen. Mit welchen reichen Leuten sprichst du eigentlich? Wollen die immer wissen? Du stellst mir Fragen. Also ich glaube, dass in der Spitze Consors viereinhalb Milliarden schwer war. Und dein Anteil? Ich hatte quasi direkt zwei Prozent. Also das war schon ganz spannend. Aber wie gesagt, ich kam nicht so zum Genießen, weil einfach viel Arbeit war. Also du hattest auch kein großes Auto, kein irgendwas? Nein, wir haben gearbeitet. So richtig Mittelständler, weißt du. Okay, dann kamst du also aus Franken. Wo bist du geboren? Nürnberg? Das ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Ich bin in München geboren, aber ich bin wirklich Franke. Und ein Franke will natürlich nicht gerne in München geboren sein. Wie hast du das Kapitel irgendwie, hast du deine Geburtsurkunde gefälscht? Irgendwie hast du es hingekriegt, dass das irgendwie jetzt nicht mehr in München steht. Okay, du verheimlichst das. Also bist du kein waschechter Franke, sondern nur ein zugezogener Franke? Nein, ich bin schon ein echter. Ich bin da aufgewachsen. War quasi wirklich nur zur Geburt. Und du weißt, du kennst es ja von Defner, dass Franken lieber machen, dass sie nur reden. Also Franken wollen schon was tun. Herzensgute Menschen. Aber jetzt stelle ich mir vor, so ein herzensguter Mensch, jetzt kommst du aus einer Bankiersfamilie, habt ihr auch so ein Buttenbrockshaus dann gehabt oder war es eine Nummer kleiner? Und dann machst du aber die ganz große. Wie hält man das aus? Ich könnte mir vorstellen, da kann man ja auch schnell mal größenwahnsinnig werden. Ja, also da bin ich natürlich familiär geerdet gewesen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir hatten viel zu tun. Und man weiß ja auch, dass es am Ende nur Papiergeld ist, was ich nicht morgen sozusagen in Cash umwandeln kann. Von der Seite her, wir haben uns einfach konzentriert darauf, sozusagen das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das war ja auch sehr dynamisch, kam ja auch dann natürlich der Crash. Und der hat dann wieder vieles relativiert. Und das kam dann 2002 oder wann? Dann kam ja schon 2000, 2000 ging es ja schon los. Dann war 2001 so Salami-Crash. Dann gab es nochmal so ein paar Gegenbewegungen wieder. Und alle haben geworfen, ja, geht weiter. Und wahrscheinlich war da nochmal ein paar Aktivitäten, auch wenn man die Statistiken anguckt, waren der Höhepunkt des Aktienmarkts bei den Deutschen, wie viel sie hatten, war 2001 ja dann nochmal der Höhepunkt. Und dann stürzte es ab, als man feststellte, wird doch nicht so schnell wieder gut. Ja, das war irre. Also wenn du so willst, habe ich ein unternehmerisches Leben im Zeitraffer erlebt. Erst diesen unglaublichen Anstieg. Ich habe ja vorhin gesagt, wir waren dann in der Spitze über 1300 Mitarbeiter. Und dann kam 2001 der Crash, quasi in der riesen Investitionsphase, die wir gerade hatten. Und dann musste ich als junger Mensch Mitarbeiter ausstellen. Leider, wie du richtig gesagt hast, hat man immer wieder gehofft, dass es anders kommt und der Markt wieder anspringt. Aber über Etappen sind wir dann runter wieder auf 700 Mitarbeiter. Und das war schon auch für mich keine ganz leichte Aufgabe, das dann zu bewertstelligen und vor den Mitarbeitern hinzustellen und sagen, ja, wir müssen jetzt hier diesen Standort schließen und leider entlassen. Also das war sozusagen dann schon auch eine wirklich herausfordernde Zeit, auch in der persönlichen Entwicklung. Erklär doch mal kurz, wie viele Provisionsumsätze hattet im Hoch und auf was es dann runtergestößt. Also damit man sich mal so eine Vorstellung haben kann, wie das Ding so zum Halten gekommen ist. Und du aber dachtest so, okay, da ist gerade Topline, das weggebrochen und was jetzt? Also ich habe die Zahl nicht mehr so 100 Prozent im Kopf, aber ich glaube, wir waren weit über 100 Millionen. Aber wenn wir jetzt mal die 100 Millionen nehmen, weil ich die leicht rechnen kann, haben wir 45 Prozent des Umsatzes verloren quasi über Nacht. Und das muss erst mal ein Unternehmen aushalten und sozusagen organisiert bekommen. Und das war schon echt stressig damals. Und dann hast du ja Konsors wieder saniert, sagen wir es mal, oder wieder zusammengeschrumpft und hast wahrscheinlich auch die einen oder anderen Pläne. Wahrscheinlich hattest du dich schon weltweit gesehen als Konsors weltweit und hast dann gesagt, dann konzentrieren wir uns vielleicht wieder auf unseren Kernmarkt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir waren sozusagen in fünf Ländern, in vier außerhalb Deutschlands, Italien, Schweiz, Frankreich, Spanien. Und waren zum Beispiel in Frankreich sehr erfolgreich, gehörten dort zu den Top drei, Italien ging so. Schweiz war auch gut, Spanien war auch okay. Und ja, die haben wir alle dann weitergefahren und natürlich auch dann lokal wieder versucht zu stabilisieren und auf die neue Umsatzgröße dann auch profitabel zu bekommen. Und das war dann, wenn du so willst, Managementaufgabe, die wir gehabt haben. Und das hat funktioniert und dann kam aber das Stammhaus, was euch dann das ausbereitet hat. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was da passiert ist. Das war ja dann gar nicht so sehr die Konsors-Geschichte, sondern eher die Geschichte der Schmittbank. Genau. Wie war das? Ja, das war so, dass die Schmittbank im Kreditgeschäft Schwierigkeiten bekommen hat. Die Schmittbank war ja, wenn du so willst, so eine großflächige Sparkasse, die in Nordostbayern und in Sachsen und Thüringen unterwegs war. Und die hat dann einfach Probleme bekommen aufgrund der konjunkturellen Tage in den typischen Branchen wie Textil, Porzellan, aber eben auch besonders in den neuen Bundesländern, wo die Schmittbank sehr stark gewachsen ist. Ja, und dann ist quasi die Bank in Schieflage geraten und letztendlich dann auch von einem Konsortium übernommen worden. Und für mich bedeutet das, dass auf einmal sozusagen die Familie draußen war bei der Schmittbank und ich war vom Unternehmer zu einem angestellten Manager. Und bei Konsors war er selber nie in der Schmittbank tätig. Und ich wurde dann auch verkauft, und das ist für einen Frank ganz schwierig auszusprechen, zur BNP Paribas, also zur größten kontinentaleuropäischen Bank. Da sind wir verkauft worden. Und dann war ich, wenn du so willst, Co-CEO und nicht mehr CEO und in einem französisch-deutschen Unternehmen. Und natürlich war es für mich als Familie eine sehr, sehr schwierige Phase, weil wenn du so willst, auf einmal das elterliche Bankhaus abhandengekommen ist. Und da muss ich dann auch selbst fragen, will ich da weitermachen oder höre ich ganz auf? Weil in dieser Phase, wie die Schmittbank, ich möchte mal sagen, abhandengekommen ist, habe ich auch Dinge erlebt, die ich jetzt nicht sehr schön fand und die mich auch ziemlich frustriert haben. Naja und... Du musst ja so vorstellen wie die Buttenprocks. Jeder kennt ja den Roman von Thomas Mann, wo eine angesehene große Familie einfach auch pleite gegangen ist. Und dann, so ein Niedergang war das, war jetzt nicht ganz so ein knaller Fall. Das ging ja schleichender bei den Buttenprocks. Aber war das bei euch auch so? Und ist jetzt beispielsweise eure, ich weiß nicht, ob ihr ein Familienanwesen hattet, ist das dann alles mit weggekommen und ihr seid sozusagen jetzt frankenlos? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das war, du kennst doch Monopoly, oder? Ja, ja. Das war zurück auf Start, wenn du nochmal ganz von neu anfangen kannst. Und ihr wart wirklich privat haftend mit eurem gesamten Eigentum? Auch ich leider. Ich war auch privat haftend. Man hat dann am Ende eine gewisse Regelung getroffen. Aber es ist tatsächlich schon so gewesen, dass die Familie zurück auf Start musste. Und ja, das war tatsächlich schon eine harte Zeit, die mich persönlich auch sehr umgetrieben hat. Und es war eine große Herausforderung, dann auch irgendwo wieder zu sagen, komm, lass uns weitermachen und nicht nach hinten schauen. Also ich hätte vielleicht auch als Alternative die nächsten 20 Jahre klagen können. Aber ich habe mich dann einfach für die Zukunft entschieden und wieder aufzustehen. Und ja, ich kann halt nichts anderes außer Börse und Bank. Und dann hast du was Neues gemacht. Und deswegen musste ich also da in der Branche bleiben. Und dann hast du eine neue, was heißt neue Bank, da hast du eine neue Idee, brautest eine Bank. Und die Bank war ja nicht in Franken, sondern halt in Berlin. Und dann bist du nach Berlin gegangen und hast dann da deine Idee verwirklicht. Vielleicht kannst du das Kapitel noch sagen. Und warum hast du das dann so gemacht und nicht wieder? Du hättest ja auch sagen können, hey, ich bin so ein Christian Hecker und machst so ein Trade Republic nochmal auf oder weiß ich nicht. Oder Scalable. Ich habe mich ja so ein bisschen auch weiterentwickelt. Und ich habe halt gelernt bei Consors, dass meine besten Kunden, also die besonders viel getradet haben, die haben halt zehn Monate im Jahr am Ende Geld verloren. Und so fing ich an, mich… Und die restlichen zwei haben sie es aber rausgeholt, oder? Naja, nicht immer. Aber sie haben zumindest Gewinne gemacht. Okay, aber immerhin haben sie Gewinne gemacht, ja. Genau. Und so fing ich an, mich mit Anlagekonzepten zu beschäftigen, mit Beratungskonzepten. Und daraus ist dann quasi die Quirin-Idee entstanden, eben unabhängige Beratung, provisionsfrei. Also so wie du es kennst vom Rechtsanwalt oder Steuerberater, dass er sozusagen zu 100 Prozent die Interessen des Kunden vertritt. Und wir haben ja besprochen, da war keine Bank mehr bei mir. Aber ich hatte die Idee und ich habe zufällig, oder nicht zufällig, sondern ich habe gute Weggefährten gefunden, Holger Timm und Johannes Eisenmann. Und dann, die hatten quasi eine Bank und keine Idee fürs Privatkundengeschäft. Und ich hatte die Idee, aber keine Bank mehr. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. War das Berliner Effektenbank? Die haben doch damals dieses ganze Berliner Börse, Berliner Effektenbank, das war doch eine wahnsinnige Zockerbude. Ich weiß nicht, die Aktie konnte man handeln, Berliner Effektenbank, das war rauf und runter. Holger, jetzt wird es wirklich kompliziert. Diese Bank, ja, die ist schon gegründet worden, aber die war dann auch mal ein Teil der Consors-Gruppe und dort das Kapitalmarktgeschäft und die ganzen IPOs organisiert. Und die haben aber quasi die alten Eigentümer, Holger und Joe, haben die dann zurückgekauft und dann hatten die die Bank und ich die Idee und dann hat es eigentlich gut gepasst. Weil ihr schon mal zusammen wart, habt ihr euch wieder zusammengetan. Genau, das hat funktioniert. Aber habt ihr nicht als Consors auch noch die Berliner Börse kaufen wollen und dann gleich mal so einen geeigneten Marktplatz oder sowas? Wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeiten, war das nicht auch irgendwie? Naja, wir haben uns an Tradegate beteiligt und damals quasi, was ja auch heute auch ein großes Thema ist. Das ist clever, oder? Payment for Order, Flow. Wir haben also quasi die Wertschöpfungskette nach hinten verlängert und das damals schon gestartet. Das war auch, glaube ich, 1999. Wahnsinn. Und jetzt machen das andere, die sind zwar noch nicht daran beteiligt, aber wenn irgendwann dieses Payment for Order, Flow mal verboten werden soll, dann muss man ja wieder das verlängern und dann hat man es nicht mehr. Dann kriegt man es ja auch wieder hin. Aber es ist Wahnsinn, was ihr schon 1999 gemacht habt, was jetzt wiedergekommen ist. Ihr seid eurer Zeit schon voraus gewesen und hättet nur durchhalten müssen. Aber jetzt hast du irgendwie festgestellt, okay, die meisten Menschen, wenn man sie alleine lässt und zu viel handeln lässt, dann ist es zwar gut für den Broker, aber nicht zwingend für den Anleger auch. Und deswegen hast du sowas wie betreutes Sparen angefangen. Und da wollen wir auch heute darüber diskutieren. Deswegen wollen wir gar nicht so viel jetzt reden, sondern es geht dann um die Frage, die wir heute im Thema diskutieren wollen. Ist es eigentlich besser, wenn man ein bisschen betreut spart oder ist es eigentlich nur für Leute, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben und hier und FOMO und Angst und sowas haben? Und eigentlich ist ja das Wissen gar nicht so wichtig, sondern eher das, wie man das Wissen anwendet. Also eher das Verhalten ist eher viel wichtiger für einen langfristigen Erfolg als unbedingt das Wissen. Also das Wissen kann man zwar haben, aber wenn man es nicht durch Verhalten unterstützt, dann funktioniert das nicht. Jetzt muss ich natürlich, wenn du schon mal da bist und den Bankenmarkt kennst, mal einfach so fragen, wenn du jetzt dir diesen Bankenmarkt heute anschaust, welchen Broker findest du denn da am geilsten? Ich werde einen alten Consors, muss ich gestehen, haben wir schon mit dem Defner häufiger diskutiert. Der ist nämlich auch bei Consors, da waren die Gebühren zu hoch, dann funktionierte das nicht. Und er hat immer wieder angerufen, die haben immer gesagt, nee, das geht nicht. Und ich glaube, der Defner hat irgendwann mal gekündigt dann da. Ich weiß es aber nicht genau, weil er hatte auch noch ein Rumpfkonto da, aber auf jeden Fall war er unzufrieden mit Consors. Wenn du jetzt mal die Bankenlandstatt anguckst, was wäre so deine Lieblingsbank, wo du anfangen würdest? Naja, also erstmal sind diese großen alten Broker, also die Consors Bank oder auch Comdirect, da hat man schon den Eindruck, dass die am Ende ein bisschen eingeschlafen sind und große Tanker waren, die sich nicht mehr bewegt haben. Und dann ist eben ein Trade Republic gekommen oder auch jetzt Scalable als Broker, die das irgendwie frischer, cooler per App gemacht haben. Und du hast mich gefragt, wo will ich arbeiten? Also ich finde Trade Republic cool. Weiß nicht, ob ich da arbeiten möchte. In Kreuzberg sitzen die, ganz cooles neues Gebäude, so ein Campus gebaut, so schlecht ist es da nicht, glaube ich. Ja, aber ich bin ganz glücklich mit meinen Sachen, mit Query und Queryon. Da habe ich noch genug zu tun und Broker, das habe ich doch schon mal in meinem ersten Leben gemacht, das mache ich nicht mehr. Also ganz ehrlich gesagt, ich will eigentlich in gar keiner anderen Bank arbeiten. Ich finde, Banken irgendwie in der Regel tragen die alle dunkle Anzüge und schauen so ernst und wichtig in der Gegend herum. Warum, das ist nicht so meine Welt? Also ich gehöre schon zu denen, die eben innovativ sein wollen und was verändern wollen. Und von der Seite kann ich mich mit den Fintechs und anderen Herausforderern definitiv mehr identifizieren als mit der alten Bankenwelt. Ich finde es am coolsten. Triffst du dich auch mal mit den ganzen neuen Gründern, mit Eric oder mit dem Hacker, mit dem Christian oder keine Ahnung. Hast du mit denen irgendwie Kontakt und tauscht man sich aus, geht dann regelmäßig saufen und dann sagt man so, ey, ich damals. Und der Eric so, ho, 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 ich mache so mein Geld jetzt. Gibt es sowas? Ja, also ich unterhalte mich gern mit denen, die du auch gerade genannt hast. Und das ist definitiv inspirierend und macht Spaß. Und de facto haben wir ja auch sozusagen das gleiche Feindbild oder die gleichen Challenge, nämlich aus den vorhandenen Häusern Kunden für die neue Welt zu begeistern. Also von der Seite ist man der Bruder im Geiste. Ja, nicht unbedingt. Der eine will lieber Gierige haben und FOMOs und sonst wie. Der hättest gerne, dass es ein bisschen zockiger zugeht. Und du bist ja eher, obwohl das willst du eigentlich auch, weil dann kommen die enttäuschten Leute, die ja bei Trade Republic enttäuscht sind, die kommen dann zu dir am Ende und sagen, wie kann ich es denn machen? Genau. Das ist nachhaltiger. Du hast es verstanden. Eigentlich seid ihr doch ein Bruder im Geist. Eigentlich willst du die anheizt und sagst zum Hacker, ey, Christian, mach mal wieder diese Seite mit diesen ganzen Zockerwerten. Ich weiß ja, bei Trade Republic meist gehandelt. Da waren immer so richtige Zockerdinger drauf und irgendwann, sagt der Christian, ist ja immer rumgelaufen und gesagt, ich will, dass die Deutschen bessere Anleger werden. Da seid ihr ja auch Bruder im Geiste. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, du musst mal die Seite da ändern, wo immer diese Zockerwerte draußen. Weil da geht man immer drauf, sieht irgendwie Kursgewinne von 500 Prozent und das in der Stunde und nicht am Tag. Und dann will man da mitmachen. Und jetzt hat man die Seite geändert. Also du würdest gerne diese Seite wieder zurückhaben, damit möglichst viele Leute dann da zocken und dann irgendwann... Also die Anregung nehme ich gerne auf, Holger. Ja, ich finde es schön, dass viele Menschen, die jetzt neu an die Märkte kommen, wir haben jetzt ja irgendwie zweieinhalb Millionen mehr Menschen, die Aktien haben. Und die kommen natürlich dann gerne über das Do-it-yourself und die traden und probieren das mal aus. Aber irgendwann gibt es eben die Erkenntnis, dass es vielleicht doch nicht so toll ist oder die Rendite nicht so gut ist oder einfach keine Zeit mehr oder keine Lust mehr. Und dann Do-it-for-me. Das ist ja das, für was wir stehen, die sozusagen Verstandener haben. Da geht es schon mit der Diskussion los. Die Diskussion wollen wir nachher führen. Ich würde ja einfach sagen, Sparplan einrichten, dann brauchst du auch nicht zu Karl zu gehen. Das ist ja dann... Zu mir muss man immer gehen. Zu Karl muss man immer gehen, ist klar. Frag Karl. Frag Karl, stimmt. Aber wenn du jetzt mal die Zukunft der Bankenlandschaft. Wir sind ja in Deutschland noch wahnsinnig overbanked. Und was glaubst du, wenn wir in, weiß ich nicht, zehn Jahren rumlaufen? Gibt es da noch Bankfilialen? Jetzt werden ja immer mehr Bankautomaten abgeschraubt. Aber wenn ich noch Bargeld holen will, muss ich schon irgendwie einen Fußmarsch einmachen. Meine 10.000 Schritte kann ich allein dadurch schon hinbekommen, dass ich zum nächsten Geldautomaten gehen muss. Und zugeben, ich bin bei der Cash Group, ich bin jetzt nicht bei einem dieser Anbieter, wo ich an jeder Ecke auch an so einen Billo-Automaten gehen kann. Aber trotzdem, wie wird denn das aussehen in, weiß ich nicht, zehn Jahren? Tja, ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren oder 15 oder 20 oder vielleicht doch schneller passiert. Aber die große Gefahr ist natürlich schon, dass die Banken einfach den Kontakt zum Kunden verlieren. Weil du zum Beispiel mit Apple Pay einfach nur noch das Gerät dran hältst und vielleicht nicht mehr in die Bank-App gehst und in der Filiale. Also ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass ich aus irgendeinem persönlichen Grund mal in der Filiale war. Die großen Banken ist wirklich die große Gefahr, dass die zu Infrastrukturanbietern verkommen. Also wenn du so willst, die Banken verlegen dann nur noch das Kabel und den Kundenkontakt, die haben dann die Googles und Apples dieser Welt. Der Mittelständler, der braucht doch Kredite oder der Häuslebauer will doch auch persönlich, der will doch nicht so gesichtslos haben. Der Häuslebauer, der geht ja heute schon zu Hypoport, also du meinst zu Dr. Klein oder wie sie alle heißen, die Neo. Und wie oft finanziere ich denn ein Haus? Vielleicht einmal im Leben, vielleicht maximal zweimal? Ja, und da will ich ja mal eine Bank haben. Ja, da fahre ich dann vielleicht auch eine halbe Stunde oder eine Stunde hin. Da gehe ich vielleicht auch noch rein, aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Sachen kann ich ja heute schon im Internet abschließen. Ob ich jetzt wegen einer Hausfinanzierung überhaupt noch irgendwo hingehe, wenn ich einen ganz normalen Standardfall habe, weiß ich nicht. Und wenn ich mir jetzt sozusagen das Nutzungsverhalten meiner ältesten Kinder anschaue, also die haben noch nie eine Bankfiliale gesehen. Und die werden wahrscheinlich auch erstmal eine Finanzierung über eine App probieren, bevor sie irgendwo hingehen. Also ich habe schon die ganz große Befürchtung, dass die großen Häuser einfach den Kundenkontakt verlieren. Und dass eben auf der anderen Seite vielleicht schlanke Banken, die eben keinen Ballast haben, die eben nicht 400 Filialen haben, die nicht diese ganze Infrastruktur haben, die moderne Systeme haben. Dass die am Ende vielleicht noch die Chance haben, näher am Kunden zu sein, eine Revolut oder wie sie auch alle heißen. Und dann bin ich eben nicht mehr bei der Sparkasse oder bei der Commerzbank und brauche auch keine Filialen mehr. Wo sind denn deine Kinder? Du hast ja fünf Kinder. Und wenn man deine Vita gelesen hat, dann hieß es ja immer, der arme Karl hat kein Taschengeld bekommen, sondern der musste sich selbst durch Zeitung austragen. Aber das ist Zeitung austragen, das ist ja auch nur noch in der Minderheit. Wer will heute noch Zeitung lesen, was ich ja schmerzhaft feststellen muss. Wie war das und was machen denn deine Kinder? Und kriegen die Taschengeld? Wir hatten nämlich am Wochenende auch bei Alles auf Aktien einen Kollegen von einem Fintech, Bling hieß das. Und er sagte, die Lösung auf alle Sachen, also sogar die 42 auf die Frage, wie man Kindererziehung macht, ist die Bling-Karte oder das Bling-Konto oder das Bling-Irgendwatt. Und leider ist die Welt doch nicht so einfach, wenn ich meine Kinder mir anschaue. Aber wie machst du das mit den Kindern? Was haben die für ein Kinderkonto und wie erziehst du die, dass die auch zu ordentlichen Bankern werden oder zu ordentlichen, nicht Bankern, sondern ins Leben kommen, finanzklug sich bewegen können? Also ich versuche natürlich denen schon so ein bisschen Finanzbildung auch beizubringen und das klappt in den einen Fällen schon besser, in den anderen nur nicht so. Müssen die deinen Podcast hören? Meine müssen das nämlich. Ich bin ja fies. Beim Tischgespräch gibt es immer den Podcast. Ich versuche sie immer wieder zu motivieren, aber auf deine Frage zu antworten, die sparen natürlich bei Quirion und sind mittlerweile alle bei Revolut mit ihren Konten. Das liegt auch teilweise daran, dass sie noch minderjährig sind und dann funktioniert das einfach. Da gibt es sowas, da gibt es auch eine Revolut-Karte, stimmt, das ist das wahr. Das meinte der Kollege Ausgelbe. Immer die Blink-Karte ist die Antwort auf alles oder die Revolut-Karte. Aber hast du schon mal versucht, jemanden anzurufen, wenn da irgendwas irregulär funktioniert hat oder irgendwas? Also ich nutze es selber auch und habe auch dort ein Konto. Ich habe noch nie irgendein Problem gehabt. Also von der würde ich auch niemanden anrufen. Okay, aber es könnte ja mal, wie bei N26, hoch, mein Vermögen ist aber nicht mehr da. Was mache ich denn jetzt? Dann bist du schon, dann würdest du nicht mehr ganz so nachher hier sein. Also ich merke schon. Okay, bei Revolutien. Und wie ist es mit dem Taschengeld? Was kriegen die? Hast du da die Erziehung aus deinem Elternhaus fortgeführt und die kriegen nichts? Und die müssen halt irgendwie, weiß ich nicht, Rasenmähen bei euch in Brandenburg irgendwie oder keine Ahnung oder den Hund rausführen oder? Ja, also man kann das eine oder andere schon inzentivieren. Aber wenn ich ehrlich bin, die bekommen ein Taschengeld. Da konnte ich meine Erziehung nicht wirklich fortschreiben. Okay. Und ihr habt wirklich nichts bekommen? Echt nicht? Ja, übrigens, das war keine, sozusagen, das war keine Zeitung, sondern ein Anzeigenblättchen, was ich verteilt habe. Gibt es auch nicht mehr. Ja, ich meine, die Anzeigenblättchen, ja, der Rewe hat es ganz eingestellt jetzt. Da gibt es nur noch elektronisch. Und man denkt sich so, mein Gott, auch das ist für uns ein Totenkräber. Das kann doch nicht sein. Die Rewe bringt eure Dinger wieder raus und legt sie der Bild bei. So, jetzt muss ich mal hier im eigenen, wo du immer sagst, ja, komm zu Quirion, sage ich, ja, wir müssen mal hier auch in den Anzeigenerlös wieder ein bisschen was drehen. Aber ich merke schon, gut, Anzeigenblättchen, das ist echt, und wenn wir ja in da keiner reinhören, hast du dann auch immer die Stapel irgendwie in die Ecke geschmissen heimlich, wenn du sie nicht mehr austragen wolltest? Das haben bei uns immer viele gemacht. Nein, das haben wir nie gemacht. Nein, das haben wir nie gemacht. Okay, also insofern, und du sagst also, dass in Zukunft vielleicht Banken, Sparkassen, dieses dreigliedrige System, hat das dann irgendwie noch eine Chance, wo du sagst, wird immer weniger und Kundenkontakt weg? Haben wir dann noch eine Sparkasse, eine große, eine Volks-, eine genossenschaftliche Bank und vielleicht noch die Commerzbank, die Deutsche und was war es dann? Oder ich kann mir gar nicht vorstellen, es gibt ja noch so viele Banken in Deutschland dann am Ende. Naja, ich sag mal, wir haben heute, glaube ich, Aldi und Lidl haben irgendwie 8.000 Niederlassungen zusammen in Deutschland und wie viele Bankferialen haben wir? Ich weiß gar nicht, 15.000, 16.000 noch. Also davon kannst du schon ausgehen, dass ich das nochmal stark reduzieren würde. Ich würde mir die These ausstellen, die brauchen nicht so viele Fialen wie Aldi und Lidl, weil da gibt es keinen Salat, der verdirbt in einer Bank. Und von der Seite meine Prognose ist schon, also wir werden noch ein brutales Filialsterben sehen und das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil der normale, die Generation, die jetzt nachwächst, die geht auch gar nicht mehr dahin und deswegen lohnt sich das nicht. Und wenn die mal so ein großes Ereignis haben im Leben, wie ein Hauskauf und so weiter, mein Gott, wenn sie dann wirklich irgendwo hinfahren, dann fährt mir eben auch mal eine Stunde. Und wenn du jetzt Menschen, wir haben ja auch viele junge Menschen, die dich fragen, hey, was soll ich denn tun im Leben, wenn sie Banking machen wollen, was würdest du denn dann, welchen Bereich hältst du denn dann für, jetzt sag nicht wieder, naja, Beratung und das bei Quirion. Wenn du jetzt mal, das haben wir jetzt schon, das wissen wir jetzt, was würdest du jungen Menschen sagen, was sie machen sollen, wenn sie in den Bereich gehen wollen? Wo gibt es denn da zukunftsfähige Jobs? Also ich finde die Bank- oder Finanzbranche natürlich spannend. Das liegt aber auch daran, weil ich das natürlich ganz gut kenne und den Rat, den ich geben würde, ja, schaut euch heute eher die Fintechs angeht, eher im Bereich, der unternehmerisch ist, der dynamischer ist. Natürlich muss ich da auch mich mit komplexen Finanzthemen und Prozessen beschäftigen, aber das macht irgendwo auch Spaß und von der Seite her, Rat, ja, man muss ein bisschen mehr IT, glaube ich, heute kennen als in der Vergangenheit. Das ist kein Schaden und definitiv über die Herausforderung in den Markt gehen und dann sehen, wohin sozusagen der Weg sich, ja, wie der Weg sich so entwickelt. Aber wird KI nicht uns komplett auch die Karriere da vermasseln, wenn ich überlege, was du jetzt alleine ja schon, selbst bei euch könntest du ja im Onboarding mit KI wirklich relativ, ja, das Kundenerlebnis noch verbessern und wahrscheinlich das auch noch schlanker gestalten, personaltechnisch bei euch. Wird es nicht überall so sein, dass gerade solche Jobs im Banking noch durch KI kaputt gehen und dass man vielleicht besser Heizungstechniker wird? Das wird mein Bulle der Woche sein, kann ich schon mal hier spoilern. Also da hast du vielleicht eine gute Idee. Ich bin gespannt, was du nachher ausfährst. Aber natürlich KI, ich glaube, man muss unterscheiden. Einmal KI in der Beratung, das wird bestimmt, so sagen, jetzt auch mit der neuen Technik, die wir gesehen haben, mit GPT und anderen Themen, das wird bestimmt jetzt eine andere Dynamik erfahren. Und ich kann viele Situationen, Beratungssituationen, Kundensituationen natürlich mit KI vielleicht sogar besser lösen. Trotz alledem gibt es Menschen, die sagen, ich will das jetzt eben nicht durch eine Maschine haben, ich will das durch einen Mensch. Also der Berater wird es auch weitergeben. Also KI wird da aber schon in diesem ganzen Beratungsthema eine Menge ersetzen und auch möglich machen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. KI im Sinne von Asset Management, daran persönlich glaube ich nicht. KI kann natürlich ganz andere Muster erkennen, als wenn ich jetzt mit herkömmlicher Technik mir Kursverläufe anschaue. Aber sozusagen diese ganzen Kurse, das ist ja alles ein komplett chaotisches System und es nützt mir nichts, wenn ich irgendwelche Muster erkenne, die vielleicht in der Vergangenheit richtig waren, aber sozusagen keine Prognosefähigkeit für die Zukunft haben. Deswegen würde ich sagen, KI wird eben auch nicht dazu führen, dass man den Markt schlagen kann. Aber KI sozusagen in der Beratung, in der Kundenbetreuung wird eine Menge auch in der Bankbranche verändern. Und deswegen brauchen wir weniger Ferialen und, 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 was wir vorhin auch diskutiert haben. Okay, jetzt hast du ja Prognose schon gesagt. Jetzt wollen viele natürlich auch wissen, jetzt haben wir hier so einen Tornschuhbanker, der schon in den 90er Jahren alles erlebt hat. Der hat schon, weiß ich nicht, drei Booms, zwei Crashes und schon eine eigene Pleite und dazu noch, weiß ich nicht, was er alles erlebt. Wie guckst du nur auf die Märkte derzeit und was würdest du denn da prognostizieren? Ich weiß, ihr sagt ja, ihr seid prognosefreies Haus, aber trotzdem wollen ja Leute immer so ein Gefühl, so eine Gefühlsfrage. Wenn du jetzt auf diese Märkte guckst, hast du da ein gutes Gefühl und denkst dir so, ach, wunderbar? Ja, es ist schon eine unheimliche Dynamik, die wir jetzt durch die Zinswende Mitte letzten Jahres erfahren haben. Das kam schon alles wahnsinnig schnell. Und ich finde aber nach wie vor Aktien attraktiv bewertet. Wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, dann sind wir ja sogar leicht unter dem KGV-Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Also ich finde es interessant und ihr diskutiert ja auch viel über die Inflation. Keine Ahnung, vielleicht ist er am Ende des Jahres bei sechs Prozent. I don't know, vielleicht geht es sogar ein bisschen tiefer, aber vielleicht auch ein bisschen höher. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber da ist natürlich irgendwo so ein Tagesgeld mit zwei Prozent Zinsen oder auch so eine zehnjährige Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland nicht wirklich eine Alternative. Und deswegen... Ach, du kriegst schon drei Prozent für Tagesgeld, wenn du mal guckst. Natürlich nicht, wenn du hier irgendwie bei den Banken bist, die nichts rausrücken. Aber ECB-Einlagensatz ist bei zweieinhalb, das geht drei hoch. Ja, natürlich hast du nicht die Inflation, aber besser, du hast drei Prozent sicher als irgendein Wackelkram und musst irgendwie... Hast am Ende vielleicht plus minus null am Aktienmarkt gemacht, hast aber dafür fünfmal geschwitzt und musst dir noch ein paar Deos kaufen. Alter, bist du mit so einem drei Prozent besser. Aber Holger, du darfst ja nicht immer nur ein Jahr sehen, sondern ich schaue mir ein bisschen längere Zeiträume an. Und wenn du dir zum Beispiel 50 Jahre anschaust... Nein, nein, das muss ich sagen, da war MSCI World bei 9,4 Prozent und die Sparzinsen bei 3,8. Ja, und da waren ja auch mal ein paar inflationäre Phasen dabei. Daran sieht man schon, ja, du hast recht, kurzfristig, deswegen sagen wir auch, wenn ich jetzt nur für ein Jahr anlegen will oder für drei, dann brauche ich nicht einen Aktienmarkt. Aber die meisten Menschen unterschätzen ja ihren Anlagehorizont, der ist ja viel länger. Der ist ja oft 10, 20, 30 Jahre. Und da hast du am Ende, finde ich, mit Aktien definitiv die beste Wahl getroffen. Ja, das ist doch immer so. Wir haben doch hier langfristiges Sparen. Das ist ja das Basis-Investment, das Predigen der DEF und ich ja auch jede Woche. Aber wir haben ja auch Menschen, die kurzfristig mal ein bisschen gucken wollen und die kurzfristig auch mal die ein oder andere Opportunität mitnehmen wollen. Und da ist, dahin ging die Frage. Wie hast du den kurzfristig angelegt und wie viel sozusagen als Basis-Invest? Also ich meine Basis-Investment würde ich sagen, ich bin ja so richtig klassisch. Ich habe eine Riester-Rente, allerdings habe ich mir die Gebühren damals rausverhandelt. Die ist gut, die Riester-Rente. Da habe ich einen Fonds, der läuft besser als der MSCI World. Dann habe ich eine Betriebsrente, da gab es mal richtig gute Zinsen. Dann habe ich sogar noch aus alter Presseversorgung habe ich eine Lebensversicherung. Ist gruselig, ich weiß, würde ich auch nicht machen, aber gab es halt einmal zum Tarifvertrag dazu, das sind die Klascher. Dann habe ich noch ein paar ETF-Sparpläne und dann habe ich halt nochmal ein Spielkonto. Und keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht zusammenrechnen, aber ich würde sagen, ich habe 80 Prozent Basis-Investment und vielleicht 20 Prozent Spielanteil. Das finde ich super. Also so würde ich das auch empfehlen. Es ist eine solide Sache und da hat man Spaß an den Märkten, kann seine Thesen ausprobieren, ohne dass man jetzt irgendwie die Basis dabei ruiniert. Und das ist ja auch, würde ich auch jedem so sagen, um in der Wirtschaft dabei zu sein, muss man eben auch mal irgendwie eine schlechte Aktie gekauft haben und muss man auch mal einen Erfolg haben und dann nicht abheben und denken, oh, ich bin der Größte, nur weil der Markt insgesamt läuft. Aber wenn du jetzt morgens aufstehst, was ist so die erste Information, die du anguckst, wenn du jetzt, wenn Karl Matthias Schmidt steht auf und guckt dann auf sein Handy, okay, was wäre so die erste Information jetzt, weiß ich nicht, vielleicht guckst du erst, was deine Frau dir geschrieben hat oder was die Kinder machen. Davon mal abgesehen, wenn du die erste Information dir anguckst, die jetzt nicht privater Natur ist, was wäre denn das? Also ich gucke tatsächlich nochmal die gesamte Nachrichtenlage am Morgen an und nicht nur einzelne Börsenkurse, weil das ist viel zu hektisch. Und dann fängt man an sozusagen zu kaufen und zu verkaufen und die Wahrheit ist doch, dass die meisten Menschen erstmal im Markt investiert sein sollten und die wenigsten sind das. Und die meisten Menschen, die sich ganz nervös machen lassen von den Nachrichten und ständig kaufen und verkaufen, das Verkaufen klappt ja meistens noch, dass man vielleicht vor dem Crash irgendwie noch rauskommt, aber die meisten Menschen kommen nie wieder in den Markt rein. Also ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen ich gemacht habe in meinem Leben und immer kommt die Frage, Herr Schmidt, die Märkte sind ja schon so gut gelaufen oder sind ja schon so hoch bewertet. Bitte, Sie können doch jetzt nicht empfehlen, sozusagen in die Märkte reinzugehen. Und meine Empfehlung ist immer, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist genau jetzt. Und nicht timen, sondern wichtig ist, dass man investiert ist. Und die meisten Menschen kommen vielleicht raus, aber kommen nie wieder rein in die Märkte. Denk an die Corona-Krise und, und, und. Also von der Seite, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass das Beste ist, in Aktien investiert zu sein. Übrigens, wenn ich deine 80 Prozent anschaue, da würde ich sagen, wäre besser, weniger irgendwelche Umwandlungen mit Versicherungen, irgendwelchen Produkten, lieber straight in den direkten Markt mit 80, 90 Prozent Aktienanteil und fertig. Du bist ja auch noch ein junger Kerl. Ja, wenn du im Tarifvertrag einfach eine Lebensversicherung drin hast, glücklicherweise habe ich noch eine mit Garantieverzinsung 4 Prozent, dann hast du das halt dabei. Dann kannst du nicht sagen, nehme ich aber nicht. Das war halt einfach teil ausgehandelt. Da waren damals bei den Tarifpartnern wahrscheinlich, saß da auch ein Versicherer mit am Tisch. Und der hat gedacht, Mensch, tolle Idee. Kann die auch noch was verdienen, wenn der Jep jetzt irgendwie Altersvorsorge macht. Und bei Riester war es halt einfach, gibt es halt für die Kinder noch irgendeine Zulage und irgendwelchen Kram. Das war dann insgesamt. Und ich habe eine, die ist mit Aktien, also mit einem MSCI World vergleichbar. Und das ist okay. Also das ist jetzt wirklich, kann man nichts sagen. Und klar, ich hätte natürlich einen Ausgabeaufschlag zahlen müssen, habe ich aber gesagt, nee, das tue ich nicht. Und dann habe ich das halt, dann konnte ich das glücklicherweise durch gutes Verhandlungsgeschick rausverhandeln. Weil ich konnte nicht verstehen, warum ich 5 Prozent Ausgabeaufschlag zahlen muss bei einer Riester-Rente, wo ja der Vertriebserfolg, also weiß ich nicht, die Vertriebsleistung war. Das fand ich jetzt nicht so groß. Ich habe mich an die gewandt und habe gesagt, ich hätte das gern. Und die haben das dann halt gemacht. Die kriegen für ihre Fonds die jährliche Vergütung, die ist hoch genug. Und das reicht auch. Insofern, du hast natürlich recht, das ist besser als solche Produkte, wo man noch Provisionen bezahlen soll. Aber vielleicht noch einen Satz fürs Phrasenschwein. Time in the market ist wichtiger als timing the market. Dann haben wir den auch noch gebracht. Sehr gut. Als du es gerade erzählt hast, dass du den Kunden das erzählen willst. Aber wenn du morgens Informationen haben willst, gebe ich dir noch einen Tipp. Mit dem Hund rausgehen und dabei alles auf Aktien hören. Das ist der Podcast, dass du morgens in 20 Minuten in Unterunterhaltung weißt du alles. Und da brauchst du auch nicht mehr zu gucken. Das wirst du dann. Und das wirst du feststellen. Das ist die beste Morgenandacht, die man haben kann. Gut, aber wenn du jetzt auf die Märkte guckst, weil ich das dann zum Schluss, bevor wir dann zu Bullen und Bären kommen, würdest du sagen, das wird dieses Jahr wieder, wir haben ja schon jetzt beim DAX, ich gucke gerade mal drauf, 10,6 Prozent im Jahr gemacht. Da ist ja schon relativ viel passiert. Ist da noch was drin dieses Jahr oder haben wir eigentlich schon im Monat Januar alles genommen und seitdem geht es ja nur noch so seitwärts? Holger, ich würde dir die Gegenfrage stellen, hättest du gedacht, dass wir im Januar so stark steigen und schon jetzt 10 Prozent vorne liegen? Eben nicht. Deswegen sage ich, es ist unheimlich schwer, das zu timen. Das funktioniert eben nicht. Also die Frage jetzt kurzfristig kann ich natürlich auch nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dass sozusagen dieses Jahr sehr viel überlagert wird von dem Krieg, wie das dort weitergeht, aber auch natürlich von der Inflation. Tendenziell bin ich eigentlich schon ganz optimistisch, dass wir kein so schlechtes Aktienjahr erleben werden, wie alle erwarten. Jeder denkt ja, wir sehen nochmal ein neues Tief. Aber wenn alle denken, wir sehen ein neues Tief, dann kommt es gleich gar nicht. Ich glaube, dass Amerika besser laufen wird als Europa. Das ist aber eine Gegend, da bist du aber antizyklisch unterwegs, weil alle anderen haben genau andere Vorstellungen. Wenn du jetzt die großen Investmentbanken fragst, die sagen alle, Europa wird dies Jahr besser laufen, weil die ganze Energiesause zum Vorteil ist. Und wenn man sich die Energiepreise anschaut, die sind um 85 Prozent gefallen wieder vom Hoch. Ich weiß. Und deswegen soll Europa besser sein. Ja, ich glaube auch, dass Schwellen, wenn Länder wieder kommen können. Also ich bin wirklich nicht so negativ, weil die Erwartungshaltung ist da. Ja, aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht als Basis meiner Anlageentscheidung treffen. Ich bin ja investiert im Markt und bleibe auch und fange jetzt nicht an zu timen, weil das in der Regel sowieso nicht prognostizierbar ist, wann die Märkte steigen oder nicht. Was hast du denn noch für Einzelaktien? Hast du noch welche? Willst du es wirklich wissen? Ja, ich will es wirklich wissen. Jetzt sage ich nicht, ich habe 10.000 Aktien und dann frage ich, ja welche hast du? Nein, ich habe mein ganzes Leben so viel getradet, ich bin durch. Wirklich? Ich habe keine Lust mehr. Auch für die Kinder nicht mehr, für die Frau nicht mehr, für die Ex-Frau vielleicht noch irgendwas? Ja, habe ich jetzt ein paar Abstand gekauft, soll sie mal sehen, wo sie bleiben. Meine Kinder, die machen schon noch ein bisschen den Einzelaktien, aber ich bin drüber hinweg. Was machen die denn? Sag mal, kommen die dann zu mir und sagen, Papa, hier ist eine Aktie? Ja, da sollen die selber wissen. Nein, ich habe wirklich alles getradet, ich habe eine Menge Geld verdient und eine Menge Geld verloren mit Einzeltiteln. Gut, dann den besten Trader, die schlechtesten Trader, dann sagen wir, die schlechtesten und die besten. Ja, also meine wildeste Phase war, wie ich an der deutschen Terminbörse gezockt habe und da war dreistellige Prozentgewinne in der Regel, aber Totalverluste auch. Ja gut, okay. Jetzt keine Terminprodukte, jetzt klassische Aktien. Jetzt haben wir ein paar Aktien. Ich habe japanische Warrants gehandelt, da kann man es immer gut zurückziehen. Nein, also mein Totalverlust war damals ein, da war ich noch sehr jung, war ein Goldminentipp, der wurde quasi so unter dem Tisch der Anlageberater verteilt. Pennystock. Und diese Goldmini ist dann zu einem Pennystock geworden. Das war, wenn du so willst, mein Totalverlust. Ja, und wo ich jetzt mal richtig gut, ja, das war natürlich die Consors-Aktie. Was frage ich da? Ist ja klar. Ja, das ist ja passend. Und noch was anderes außerhalb Consors? So eine richtige Tech-Ding, wo du mal richtig stolz warst und dann gesagt hast, ey, ich bin der coolste Trader. Wo du dieses Gefühl mal hattest. Ich meine, ich weiß, du hast damals immer 10 Millionen Rechnungen unterschreiben müssen, konntest dich nie freuen. Aber vielleicht war dieser eine Moment der Freude, wo du gesagt hast, ja. Und was war das? Ich glaube, es war irgendeine Tech-Aktie, aber ich kann sie dir nicht mehr sagen. Das tut mir wirklich leid. Und warst du auch so ein FOMO-Typ damals, dass du auch dachtest, oh, hier, weil gerade 99 konnte man eine Aktie kaufen und am nächsten Tag war sie ja schon doppelt so viel wert. Und wenn sie noch in der Dreisat-Börse besprochen wurde, dann war sie dreimal so viel wert. Hast du sowas auch? War das auch dein... Also ich habe gezockt. Alles, was ging, habe ich in jungen Jahren gezockt. Sonst hätte ich nicht Consors gemacht. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen weiser, wenn du so willst. Aber das Gute ist doch, du hast dich in jungen Jahren, wo die Kohle vielleicht, obwohl dabei hat sie vielleicht noch mehr Geld, ich weiß nicht, aber du hast in jungen Jahren das ausprobiert und in älteren weißt du, wenn es jetzt schiefläuft, hättest du nicht mehr so viel Zeit, das wieder aufzuholen. Und ich glaube, jetzt nur total pleite hinzulegen, wäre ein bisschen schlechter als mit 20 oder so, oder? Das ist richtig. Also von der Seite, ich mache alles. Passt schon, würde der Franke sagen. Passt schon. Gut. Dann würde ich sagen, damit wir jetzt ja auch, damit wir hier nicht eine Drei-Stunden-Veranstaltung produzieren, dann kommen wir zu Bullen und Bären. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dich bewegt und wo du noch sagen wolltest, vielleicht welche App du benutzt oder welche Webseiten du aussuchst. Weil Leute wollen auch immer, welche Bücher du gelesen hast, hast du ein gutes Anlagebuch, hast du da irgendwas noch, wo Menschen vielleicht… Ja, also die… Ich liebe natürlich mittlerweile die Literatur sozusagen der prognosefreien Menschen auf dieser Welt und… Randon Down Wall Street. Gibt es eine neue Auflage mit einem neuen Vorwort. Okay, danke. Ja, nächstes Buch? Dann lass uns über Bulle und Bär reden. Okay, gut. Ich dachte, du hättest jetzt noch… Also ich habe gerne die Brückenprox gelesen. Gut, dann… Okay, dann… Du müsstest ja anfangen, weil du ja auch gleich die These vorstellst, dass man betreut, besser spart. So, dann sag mal dein Bullen oder Bären. Du darfst aussuchen als Franke. Ich fange mit dem Bullen an. Ich kann das R nicht so schön rollen. Kannst du ein R richtig rollen noch? Rollen? Was meinst du mit dem Rollen? Ja, das ist sehr gut. Ja, ich fange mit dem Bullen an. Das ist für mich die Aktienrente. Wir wollen ja so ein bisschen weg vom Umlageverfahren und beginnen dann mit den ersten kleinen sozusagen Schritten. Ich gebe zu, es ist ein kleiner Schritt, aber ich finde es trotz alledem echt wichtig, dass wir sozusagen da endlich mal Gas geben und wegkommen von dem reinen umlagefinanzierten Finanzierung. Ich habe natürlich einen Tipp, das Geld, was man, die 10 Milliarden, die sollte man dann auch international breit möglichst diversifiziert anlegen. Ich sage mal, 10 Milliarden ist nichts. Wenn man aber anfängt, wirklich das über 15 Jahre regelmäßig zu machen, das habe ich zumindest mal so verstanden, dass das das Ziel ist, wenn du da eine Verzinsung draufrechnest von 3 Prozent, dann kommen dann auch knapp 200 Milliarden zusammen. Und dann ist man schon langsam im Bereich, ich habe mir mal die Zahlen geben lassen, dass man, wenn man ab 2037 mal 1 Prozent reduzieren will, den Beitrag, dann müsste der Fonds irgendwie so 210, 220 Milliarden betragen, bei einer 8 Prozent Rendite. Immerhin ist das okay, ein bisschen hochgegriffen. Aber dann wird es schon merklich, dass man da auch was an den Beiträgen reduzieren kann. Und deswegen, ich bin ein ganz großer Freund davon und hoffe, dass das auch wirklich konsequent, nicht nur ein Jahr, sondern wirklich, wir brauchen da 15 Jahre, dass wir jeweils 10 Milliarden reinsetzen. Und wenn du dir dann anschaust, was jetzt ja auch gerne immer wieder gemacht worden ist, Huch, der norwegische Staatsfonds, der hat so viel Geld verloren, irgendwie minus 14 Prozent. Dann sage ich, der hat aber auch knapp 6 Prozent Performance über die letzten gut 20 Jahre produziert. Also ich bin ein großer Fan davon. Das ist wie gesagt ein Anfang, aber zumindest mal langfristig, wenn man das jedes Jahr macht, würde man wirklich sozusagen das Problem lösen und man könnte die Beiträge senken. Und deswegen geht mein Bulle sozusagen an die Aktienrente. Aber das Problem ist ja, dass die 10 Milliarden einfach nicht mehr da sind und jetzt wird der gerangelt und am Sonntag wird man in Meseberg dann sitzen und wird, ist das bei euch eigentlich um die Ecke? Ja, da fahre ich immer mit dem Fahrrad hin. Das ist meine Lieblingstour. Das ist wirklich schön. Ist das wirklich so? Also wo ihr wohnt, könntest du mit dem Fahrrad direkt vorbereiten. Du könntest also dann dir am Sonntag hinfahren, könntest dir den Klappstuhl aufstellen und könntest dir dann das Spektakel angucken und könntest dann dem Christian sagen, Mensch Christian, du musst keine Postaktien verkaufen, um irgendwie die 10 Milliarden zusammenzukratzen. Das kann man doch auch so und so machen. Aber Holger, weißt du was, warst du schon mal in Meseberg? Da ist ein riesengroßer Stahlzaun. Ich komme da nicht rein. Ich werde nicht reingelassen. Aber man könnte vielleicht hinschwimmen. Das ist eine Idee. Aber ich bin mir sicher, dann kommt ein Polizist mit einem Schäferhund. Ach so, ich war da noch nie auf diesem Schloss. Es ist aber schön gelegen. Es ist an einem kleinen See sehr schön gelegen, finde ich schon. Und kann toll an dem See rumspazieren. Okay, dann könnten sich der Christian und der Robert, die sich jetzt im Briefwechsel gesiezt haben, könnten sich dann wieder aufs Du verständigen und könnten wieder zusammenkommen. Meinst du, da gibt es Chancen? Ja, das ist so schön. Gut, okay. Aber jetzt trotzdem, die Finanzierungsfrage bleibt ja. Wie würdest du das finanzieren wollen? Wir können ja auch sagen, naja, müssen wir halt Schulden aufnehmen, dummerweise. Zehnjährige Rendite. Ich gucke mal, wie viel man dafür zahlen muss mittlerweile. Da muss man ja jetzt schon wieder 2,6 Prozent bezahlen. Also die würde dann abgehen. Oder wenn man es 30 Jahre finanzieren wollte, müsste man jetzt sogar 2,6 Prozent für 30-Jährige bezahlen. Das hatte man ja mal zum Nulltarif. Hätte man günstiger haben können, wenn man es früher gemacht hätte. Definitiv. Ich bin kein Politiker, Holger. Die Finanzierungsfrage, klar, man kann das über Kredit machen und kann natürlich auch im Haushalt einsparen. Aber ich kann nur sagen, man muss jetzt jedes Jahr was tun, damit es merklich wird. Und das ist ja das Ziel. Und ich finde, wir sollten uns jetzt nicht über die Finanzierungsfrage streiten, sondern dass es einfach gemacht werden muss, weil sonst kommen wir nicht voran. Okay. Also insofern die Finanzierung. Das sind Details. Das soll die Politik mal bitte machen. Ich habe es verstanden. Das ist das Schöne von uns außen. Man sieht gar nicht, welche Zwecke man da hat. Da sagt der eine, aber ich möchte doch die 10 Milliarden da ausgeben. Nee, ich da. Oh, die Schuldenbremse. Was ist denn das? Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Insofern. Okay, aber das sind Details. Da soll die Politik am Sonntag in Meseberg um den See, sollen die das dann klären, wie sie das hinbekommen. Dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Und ich hatte es ja schon mal angekündigt. Das ist der Heizungsinstallateur oder Wärmespezialist. Und wir haben bei uns bei Welt in der vergangenen Woche ganz viele so Geschichten gehabt. Zum einen, was da für eine Zukunft ist und was da für ein Wachstum drin ist. Und ich würde mal vermuten, kein Beruf, bei keinem Beruf wird die Nachfrage so viele Jahre über dem Angebot liegen. Und ich bin mir sicher, wenn das so ist, dann hat man ja Angebot, Nachfrage. Dann müsste das eigentlich auch, dann müsste der Heizungsinstallateur so der Programmierer vor fünf Jahren sein. Also der immer, wenn er den Job wechselt, das Doppelte kriegt, noch ein Büro dazu, noch einen Schrank Clubmate dazu. Und statt dem hässlichen Blaumann dann einen vielleicht von, keine Ahnung, mit einem Luxusteil rumläuft. Und man muss jetzt noch nicht mal, man kann sogar misantrop sein, wenn man das ist. Und muss dann nicht unbedingt über Kundenkontakt haben, sondern kann ja auch eine goldene Zukunft bei, weiß ich nicht, bei Fiesmann Arbeit oder bei Bosch oder bei Wolf. Oder wie die ganzen Wärmepumpenhersteller sind. Ich glaube, da ist schon richtig was los. Und vielleicht noch kurz, was ist da für ein Wachstum drin? Und da habe ich den Kollegen Fabrizius gefragt. Das ist ja bei uns so der Immobilienfachmann, der sich auch auskennt mit diesem ganzen Austausch von Wärmepumpen und so weiter. Und er meinte ja, ab 2024 gibt es ja diese Regel, dass man dann nur noch Heizungen einbauen darf, die 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und dann kann man keine Gasthermer mehr einbauen. Dann muss es quasi eine Wärmepumpe sein in den meisten Fällen. Und alleine dadurch wären ab 2024 900.000 neue Geräte, also Jahr für Jahr 900.000 Geräte. Und dann gibt es ab 2026 noch die Methode, dass man die Betriebserlaubnis für bestehende Dinge entzieht, wenn die nicht einen gewissen Standard haben. Und dadurch würde nochmal ungefähr zusätzlich 1 bis 1,3 Millionen Geräte dazukommen. Also da weiß man ungefähr, dass man zwei Millionen Wärmepumpen pro Jahr mindestens in den nächsten Jahren installieren muss. Und dafür gibt es viel zu wenige Menschen, die das machen können, Monteure. Und da gibt es schon Berechnungen, wie viele da ungefähr fehlen werden. Ab 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen da in diesem Beruf. Und warum jetzt derzeit noch so wenig da arbeiten, das liegt an folgendem. Es gibt nämlich so einen Gehaltsreport von der Karriereplattform Power Us. Und wer Power Us nicht kennt, das ist so LinkedIn, wo wir für Akademiker LinkedIn nutzen. Du nutzt auch LinkedIn, oder? Na klar. Du hast mich aber immer noch nicht bestätigt, ich habe mal eine Anfrage gemacht. Das nur mal zur Information. Das ist bei den Menschen im Elektronik oder im Handwerk, heißt das Power Us. Und die haben eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, dass das durchschnittliche Einkommen 3.256 Euro brutto ist. Dann kommen noch so ein bisschen Zulagen dazu, wie Schicht, Wochenend, Schmutz, Erschwerniszulage. Dann kommt man auf 3.500 Euro und dann gibt es nochmal Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, 1,9 Monatsgehält dazu. Aber so richtig geil bezahlt ist das noch nicht. Also wenn man Programmierer hört, die kriegen sicherlich mehr. Bei euch in der Bank, wie viel kriegt man da ungefähr im Monat? Ach, das kommt auf den Job an. Aber Banken zahlen in der Regel schon recht ordentlich. Aber sag mal so ein Brutto-Betrag, damit ich bei ungefähr weiß, vielleicht kann ich ja meinen Job dann auch bei euch irgendwie weitermachen. Ich habe keinen im Kopf. Echt nicht? Nee. 4.000 brutto, 5.000, 6.000? Mehr? 6.000 brutto? Im Schnitt schon. Okay. Der Durchschnitt nämlich in Deutschland ist 4.100. Also siehst du, er kriegt Banken und da kriegt halt so ein Heizungselektromensch, kriegt halt noch unterdurchschnittlich. Aber das wird natürlich in Zukunft steigen. Jetzt derzeit hat man ja, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, ungefähr 50.000 Euro pro Jahr verdienen die Menschen. Wenn man aber die Fachkräftelücke sieht und wenn man sieht, die Energiewende, die da befüllt werden muss, dann kann es ganz sicherlich dabei bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann verdient dann der Heizungsmechaniker, wenn man so eine Elektronikausbildung hat, deutlich mehr als der Banker. Und man darf nicht auf die jetzigen Gehälter gucken, weil das ist ja immer so ein Schweinezyklus abhängig, sondern muss einfach mal überlegen, was hat Zukunft? Und da kann keine künstliche Intelligenz kommen und diese Maschinen einbauen. Das wird noch von Hand von Menschen gemacht. Und insofern glaube ich, dass das ein riesen Berufszweig ist, der auch golden ist. Und deswegen ist mein Bulle der Woche, ist der Heizungsinstallateur und der wird sicherlich in der Zukunft mehr verdienen. Und sich nicht von niedrigen Löhnen jetzt irgendwie beeinflussen lassen, sondern einfach mal gucken, was ist da für ein Potenzial drin. Und das wird meines Erachtens und auch vom Kollegen Fabrizio des Erachtens noch deutlich höher werden. Finde ich eine tolle Wahl und ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja hier in Brandenburg renoviert und das ist wirklich, ja, die verdienen nicht viel Geld. Ich habe glücklicherweise schon Luftwärmetauscher installiert und auch jemanden gefunden, der das macht. Da geht es mir vielleicht besser als manchen in der Stadt. Aber das ist definitiv ein Beruf mit großer Zukunft. Und ich habe auch festgestellt, das teilt sich so die Handwerker. Die einen, die können die Rohre verlegen und die anderen kennen sich auch mit den Maschinen aus. Und da teilt sich auch sozusagen das Bürosbild. Und ich kann es nur hoffen, dass irgendwann mal sozusagen der mehr verdient als der durchschnittliche Banker. Glaubst du schon, oder? Auf jeden Fall macht er den nützlicheren Job. Ich weiß nicht, doch wahrscheinlich, oder? Energiewende, da geht es um Zukunft. Das ist schon wichtig. Oder? Du kannst jetzt sagen, na, Alter, ist Armut. Sollen die Leute alle Flaschen sammeln? Mein Job ist auch wichtig. Aber ich sage, wenn es darum geht, Klimawandel oder Flaschen sammeln, lieber in der Welt, die gut ist, Flaschen sammeln, als die Welt untergehen lassen und dann mit dicker Lebensversicherung untergehen. Also ich habe definitiv ein Herz für die, wie hast du gesagt, Heizungs-, nee, Wärme. Heizungsanitär Gold heißt es ja jetzt. Früher ist es ja Gas, Wasser, Scheiße, jetzt heißt es ja Heizung, Wasser, Gold. Aber ich sage mal, das, was wir machen, ist trotzdem wichtig, weil du weißt, ja, die Deutschen sparen schlecht. Wir haben neu irgendwie 18 Prozent Aktienquote in Deutschland, in der Schweiz über 50 Prozent. Also unser Job ist auch noch notwendig, damit die Deutschen mehr Vermögen bilden und sich dann ganz viele Wärmepumpen kaufen können. Du hast so eine richtige Wärmepumpe und hast auch ein Solardach oder sowas? Ja, das kommt noch. Aber da muss ich jetzt noch den Handwerker finden. Ja, siehst du. Okay, aber ihr habt so eine richtige Wärmepumpe, so ein Ding, oder habt ihr so eine Erdwärmepumpe? Nee, eine Luftwärmetausche haben wir, ja. Okay, und der steht dann wo? Am Rand eines Hauses, das stört mich. Und ist der so laut, wenn man da vorbeigeht, dass man denkt, oh. Das geht, ist alles in Ordnung. Okay, was heißt ja immer, in der Stadt ging es aber nicht so einfach, oder? Hier in Brandenburg ist er nicht dicht besiedelt, da stört das niemanden. Und nebendran ist ein Friedhof, weißt du. Okay, ja gut. Dann die armen Toten müssen immer dieses Rauschen hören. Wenn dann bei Karl irgendwie alle Smartphone laden und diese Wärmepumpe dann richtig loslegen, oder wenn es kalt ist, dann... Ja, ich merke schon. Gut, dann kommen wir zum Bären. Du hast bestimmt auch einen Bären mitgebracht. Ja, da nehme ich die Kehrseite. Ich habe ja dem Bullen die Aktienrente und ich möchte die private Altersvorsorge als Bär nehmen. Da gibt es ja eine neue Fokusgruppe, die, glaube ich, vom Bundesfinanzministerium gestartet wurde. Und da geht es darum, also mein Gefühl ist, dass da irgendwie so ein alter Wein in neuen Schläuchen produziert wird. Denn in dieser Arbeitsgruppe ist kein einziges Start-up oder Fintech drinnen, sondern wieder nur die alten Bekannten, die schon Riester und andere Dinge verbrochen haben. Der GdV schlägt ja auch wieder eine Bürgerrente vor. Diesmal nur 80 Prozent der Einzahlungen gesichert. Und irgendwie wird es auch wieder Riester 2.0 und dass, wenn ein Versicherungsmantel drum liegt, nichts rauskommt. Da habe ich auch eine Zahl mitgebracht, einen Vergleich, Versicherungen seit 2004, eine Rendite von 2,46 und ein Aktienportfolio 7,9 Prozent Rendite. Und meine große Befürchtung ist, dass man in dieser Fokusgruppe die Chance vertut und wieder sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen produziert. Zu teure Produkte, zu versicherungslastig. Und deswegen geht der Bär an diese Fokusgruppe. Ach, schöner Bär. Ja, wir haben ganz viele Menschen, die jetzt auch bei uns zuhören, uns immer wieder beschweren, wenn wir genau das auch anmerken. Und die sagen, es gibt ja jetzt schon ganz neue Versicherungen, wo man ETFs in dieser Versicherung drin hat, die kostengünstig sind, wo man den Steuervorteil voll mitnimmt, also Halbeinkünfteverfahren und, und, und. Und das wäre auch nichts für dich. Also würde ich sagen, Versicherung ist generell, also wo jetzt nicht noch irgendwie noch ein Risikoschutz oder so was dran ist, sondern wo einfach aus regulatorischen, steuerlichen Gründen einfach Versicherungsmantel drum kommt und man günstig ETFs reinlegt und dann man steuerbegünstigt sparen kann, man muss ja dann auch nicht Jahr für Jahr die Abgeltungssteuer zahlen, sondern muss halt nur am Ende die Hälfte des Sparanteils mit dem persönlichen Steuersatz bezahlen. Kann das nicht trotzdem günstig sein? Also das höre ich immer. Ich frage jetzt einfach mal nur bei dir nach. Also Punkt eins würde ich mal die Losung ausgeben. In der Ansparphase brauche ich keinen Versicherungsschutz. Klar habe ich da momentan noch sozusagen, dass die Dividenden steuerfrei investiert werden können, aber ich kaufe mir natürlich einen teuren Versicherungsmantel und ich bin nicht mehr flexibel. Und deswegen, ich würde die meisten Menschen davon abraten. So, aber diese Fokusgruppe kann ja genau dafür sorgen, dass sozusagen, wenn ich ein längerfristiges Sparziel habe, sozusagen die Dividenden auch steuerfrei investiert oder reinvestiert werden können und die Steuerlast ankommt, wenn ich in der Entnahmephase bin. Also mal grob gesagt ist, glaube ich, ganz einfach. Sparen ohne Versicherungsmantel und den Risikoschutz brauche ich vielleicht dann, wenn ich in der Entnahmephase bin. Und so sollte auch... Zu Langlebigkeit, meinst du? Genau. So sollte dann am Ende das auch aufgeteilt sein und alles andere viel zu viel Kosten und Kosten verhindern, sozusagen Rendite. Und deswegen in der Ansparphase bitte keine zusätzlichen Strukturen. Okay. Und deswegen würdest du auch... Also ich finde es schon ein paar Sachen von Versicherungsgeschichten gut, dass es halt steuerfrei ansparen wird und man erst am Ende die Steuerzahl, wo man einen niedrigeren Steuersatz persönlich hat, weil man ja dann im Alter ist. Aber dazu braucht es keine Versicherungsmantel, sondern diese regulatorischen Geschichten kann man auch ohne Versicherung machen. Habe ich richtig zusammengepasst? Da müsste der Gesetzgeber natürlich noch ermöglichen, dass ich das auch im Rahmen eines Depots machen kann. Also ich habe nur die Erfahrung, dass die wenigsten Menschen sozusagen diese Versicherungsmantel wirklich brauchen oder auch mögen in der Ansparphase. Und sie bringen auch nichts. Gut. Jetzt muss ich natürlich jetzt sagen, aber das geht natürlich nur... Also solche Lösungen gehen natürlich nur bei einem Betreuten sparen. Also wer auf eigene Faust das machen will, das kann nicht funktionieren. Nein, war ein Scherz. Das war jetzt nicht ernst. Man könnte ja auch mal für sich selbst dann den Lobbyfall hier machen. Und ich würde sagen, das soll für jeden gelten. Egal. Man kann ja einfach sagen, so wie früher gab es ja, wenn man ein Jahr gehalten hat, da gab es die Spekulationsfrist, scheußliches Wort, das gibt es ja jetzt noch bei Immobilien für zehn Jahre. Und so eine Spekulationsfrist könnte man auch bei Aktienanlagen irgendwie machen und sagen, okay, ab 20 Jahren Anlage sind die Gewinne steuerfrei. Aber die Frage ist natürlich, wie macht man das mit den Dividenden, die man dann immer wieder, wo man ja Jahr für Jahr dieses furchtbare Gesetz, wo man gar nicht richtig weiß, was ist mit nicht ausgestellten Dividenden, muss man dann irgendwie vom Verrechnungskonto irgendwas zahlen. Das ist ja furchtbar, dieses Gesetz. Wie wird es denn das handhaben? Also du hast natürlich recht, dass heute, wenn ich das mal so nennen möchte, dass Depotsparen steuerlich benachteiligt ist gegenüber sozusagen dem Versicherungsmantel, wo ich im Rahmen des Versicherungsmantels spare. Weil ganz einfach die Reinvestition der Dividenden beim Depotsparen muss ich es versteuern. Und deswegen wäre es tatsächlich eine perfekte Lösung, wenn man sozusagen hier sozusagen auch das Depotsparen den Versicherungen gleichstellt und wenn ich dort so ein längerfristiges Ziel habe zu sparen, sozusagen die Dividenden ich eben auch steuerfrei reinvestieren kann. Und das ist übrigens auch technisch überhaupt kein Problem. Man müsste nur einen speziellen Depottyp, einen neuen Depottyp entwickeln. Die ganzen steuerlichen Daten hat eine Bank ja heute sowieso da und ganz einfach sozusagen nur bei Auflösung oder dann später bei Entnahme sozusagen dann steuerlich zuschlagen. Aber was wichtig wäre, sozusagen im Depot, dass man steuerlich optimal, also sprich ohne, dass man Steuern drauf zahlt, Dividenden reinvestieren kann. Und da müsste man einfach, wenn du so willst, so eine Art Spardepot für alle kreieren. Und sozusagen die Kraft, die ist natürlich schon gigantisch. Wenn ich, ich habe letztes Mal gelesen in der FAZ, da hat jemand eine Berechnung gemacht, wenn ich die gesetzlichen Rentenbeiträge sozusagen in ein klassisches Aktienportfolio investiert hätte und dann auch Entnahme hätte ich statt der Rente, die bei irgendwie 1.620 liegt, hätte ich 4.400 Euro zur Verfügung. Daran siehst du schon, dass sozusagen da auch der Kapitalmarkt eine ungeheure Kraft hat. Und deswegen bin ich da wirklich dafür, dass man hier auf der privaten Seite endlich mal Voraussetzungen schafft, dass sozusagen die Deutschen auch sparen für ihr Alter. Das wäre dann so ein 401k, so eine Nummer wie in Amerika, kann man sich das so vorstellen. Aber wie kann man dann, du hast ja heute, das Schöne am Sparplan ist ja, dass er sehr flexibel ist, und dann sagst du, oh, kann ich mal ran und sonst was machen. Und das ginge dann ja nicht mehr so einfach oder man müsste dann total steuerschädlich dann im Nachhinein ja auch die Dividenden dann doch zahlen, wenn man nicht die Mindesthaltedauer hat oder wie würde man das Problem lösen? In Amerika ist es zum Beispiel so, dass ich bei bestimmten Situationen dann auch vorher, also vor dem Rentenalter auflösen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufe oder wenn ich nachweisen kann, dass ich zum Beispiel nur noch zwölf Monate lebe. So, und in dem Fall, dass ich jetzt einfach, weil meine Lebenssituation anders geworden ist und ich das auflösen muss, dann muss ich einfach sozusagen das alles nachversteuern. Aber das ist kein Problem, weil die Banken haben ja die ganzen Daten sowieso vorliegen und können so eine Nachversteuerung, wenn du jetzt zum Beispiel das einfach grundlos auflösen willst, weil du keine Ahnung, warum auch immer das Geld brauchst, dann versteuere die Bank einfach nach und alles ist gut. Das ist möglich und gar nicht kompliziert. Okay. Und wie lange glaubst du, müsste man, also würdest du das dann laufen lassen, bis man irgendein Rentenalter erreicht hat oder würdest du sagen, wie es heute bei Lebensversicherung ist, zwölf Jahre oder was wäre so eine Haltedauer, die dir da vorschweben würde? Also ich würde mir tatsächlich vorstellen, dass man Richtung Rentenalter geht als Ziel und jetzt nicht irgendwie zehn Jahre sagt und dann eben auch diese Sondersituation, wie sie beim 401k Plan in Amerika ist, eben Hauskauf oder was auch immer, dass man eben diese Situation auch berücksichtigt, sodass man dann steuerfrei auflösen kann. Und wenn ich einfach so grundlos auflöse, dann muss ich halt nachversteuern. Könnte ich mir dann auch in so einem Depot irgendwelche YOLO-Aktien holen oder müsste es dann schon ein bisschen was qualitativ Hochwertigeres sein? Oder würdest du sagen, nee, nee, da muss es schon irgendwie eine Fondslösung sein, wo was diversifiziert ist, oder könnte ich sagen, ach komm. Also ich persönlich bin überzeugt davon, dass man da dann schon bestimmte Dinge festlegen muss. Und ich würde eine Gesamtkostenquote einführen, dass man sagt, das darf nicht mehr wie 07 kosten. Das wäre aus meiner Sicht das eine, damit wir eben nicht wie der Riester 2.0 haben, sondern tatsächlich sozusagen Rendite beim Kunden ankommt. Und das Zweite, was ich einführen würde, dass ich sage, ja, es ist nun mal wichtig, breit zu diversifizieren. Und für so ein Basis-Depot würde ich dann eine Regelung vorgeben, dass man sagt, okay, wir nehmen die weltweite Allokierung des Kapitals oder Verteilung des Kapitals macht dann plus minus 20 Prozent und fertig. Das klingt aber kompliziert. Das klingt ja fast so wie vermögenswirksame Leistungen. Da darfst du bestimmte Fonds nehmen und dann fange ich an. Aber sonst kaufst du lauter Wirecard und ich weiß nicht wen. Und dann ist da nichts mehr da. Also es soll ja nicht zum Zocken, sondern zum Sparen anregen, lieber Holger. Okay, ich merke schon, da kommt wieder der horrible Zeigefinger. Ich habe gewinnt. Da muss das Gute sein. Aber es ist halt immer schwierig. Also ich sehe ja gerade, was vermögenswirksame Leistungen anbetrifft, wie schwierig das ist, da irgendwas zu finden. Und da gibt es jetzt ja auch so ein paar ETF-Lösungen. Aber eigentlich ist es auch wahnsinnig teuer und wahnsinnig kompliziert. Und das will man ja eigentlich gerade nicht. Das sind einfache Regeln. Ja, sagst du jetzt. Aber ich kann dann als Lobbyist, kriege ich da schon was hin, dass ich... Deine Provisionsprodukte lasse ich da nicht rein. Aber selbst 0,7 wäre ja gar nicht schlecht, wenn ich da neues Milliardenvermögen hätte. 0,7 wäre okay. Also so schlecht ist das nicht. Gut, dann komme ich mal schnell zu meinem Bär der Woche, bevor wir dann noch zum Thema kurz kommen. Also Bär der Woche ist bei mir relativ schnell erzählt. Zwei Sachen, die mich in der vergangenen Woche so ein bisschen getriggert haben, wie man so neudeutsch sagt, war das eine, dass Mercedes trotz Milliardengewinn Kurzarbeitergeld beantragt hat für ein Werk in Bremen und in Untertürkheim. Und man denkt sich so, kommt Leute, 14,8 Milliarden 2022 Gewinn gemacht. Und eigentlich laufen die Geschäfte gut. Und dann habt ihr da an zwei Werken mal so ein bisschen Kurzarbeiter. Das kann man doch aus der eigenen Kasse bezahlen. Da muss man natürlich nicht das Kurzarbeitergeld, was seit Corona noch immer gilt, anzapfen. Und ganz klar, es ist legal. Aber die Frage ist immer, ist das legitim? Und gucken da nicht die Leute und sagen so, ey, was ist denn da los? Da macht jemand so viel Geld. Und trotzdem versucht er noch auf den, gut sind nicht Steuerzahlergeld, es geht ja um Sozialkassen, aber trotzdem muss er auch immer die Sozialkasse einzahlen. Das sind ja dann auch die meisten, die nicht selbstständig Beschäftigten sind, die da einzahlen müssen. Die müssen dann dafür zahlen, dass Mercedes da Kurzarbeitergeld holt. Das war das eine. Und das Zweite, was mich so ein bisschen getriggert hat, war BASF. Klar, in Deutschland sind die Energiekosten gestiegen. Aber man muss ja sagen, trotz der Tatsache, dass die Russen ja komplett das Gas, dass wir keine Lieferungen mehr aus Russland kriegen, sind ja die Gaspreise, werden keine Gasmangellage. Wir hatten glücklicherweise, sind auch die Preise wieder 85 Prozent gefallen. Es sind sogar weit unter 50 Euro die Megawattstunde jetzt, wo wir mal bei 350 Euro die Megawattstunde im Sommer vergangenen Jahres waren. Es ist immer noch völlig überhöhte Preise. Wir waren mal bei 5 bis 10, also immer noch ungefähr Faktor 4, Faktor 5, Faktor 6. Aber dass dann BASF 2600 Stellen streichen will, 65 Prozent davon in Deutschland und Kapazitäten in Ludwigshafen schließt und in China aufbauen will, ausgerechnet China. Ich kann ja verstehen, dass man in einem überregulierten Bereich in Deutschland mit einer komischen Energiepolitik, dass man dann vielleicht sagt, okay, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier noch jeden Stoff herstellen kann. Aber will man dann mit Haut und Haar nach China gehen und da 10 Milliarden investieren und dann da in einem Markt, wo man dann wieder das Risiko läuft, dass es vielleicht wieder geopolitische Verspannungen gibt, wo ich dann wieder als Brudermüller zur Regierung gehen muss und sagen muss, nee, nee, die Chinesen, die wollen wir hier mal nicht sanktioniert haben, falls es da irgendwie mit Taiwan ein Problem gibt. Also man begibt sich in Abhängigkeit, wo man möglicherweise danach dann Probleme hat. Auch das hat mich so ein bisschen irritiert, ob man dann nicht vielleicht sagt, okay, wir hoffen darauf, dass die Energiewende in Deutschland vielleicht doch funktioniert, dass wir doch auch günstigere Energiekosten in Deutschland kriegen. Außerdem haben wir ja auch von den Gaspreisbremsen und was es da alles gab und vom Kurzarbeitergeld und von diesen ganzen Sachen haben wir ja auch profitiert. Vielleicht halten wir Deutschland die Treue, auch wenn es der Rendite nicht in jedem Jahr hilft. Und dies beides ist so ein bisschen bei mir negativ angekommen und ich frage mich halt, wie es in der Bevölkerung ankommt, die im Supermarkt 20 Prozent höhere Kosten haben und sonst wie und die selbst Probleme haben und die dann sehen, wie Unternehmen eigentlich relativ gute Gewinne noch machen, aber trotzdem noch entweder den Staat ausnehmen oder woanders hingehen. Und deswegen, ich finde es immer so ein bisschen problematisch unter so Signalgesichtspunkten. Ich kann verstehen, dass man nicht aus Patriotismus, dass es kein Geschäftsmodell ist und dass man auch Gewinne machen muss und dass man auch Dividenden ausschütten muss. Aber ich denke manchmal, so wie der Bruder Müller sich ja nicht in China hinstellen würde und da über den Standort schimpfen würde, wenn da irgendwie der politische Einfluss geltend gemacht wird oder wenn da irgendwelche anderen Restriktionen sind und dass die Energiesicherheit in China so hoch ist, da hätte ich auch Zweifel dran. Man hat ja immer schon mal gehört, dass da auch die Energie abgeschaltet wurde in bestimmten Phasen, weil man nicht genug hatte. Also insofern schwierig und deswegen sage ich, finde ich solche Probleme, wo Unternehmen sich unpatriotisch in Anführungsstrichen verhalten und damit signalisieren, so böse ist der Kapitalismus, einfach unser System damit schlecht machen und die Leute noch mehr beim Staat ihr Heilsuche und sagen, seht das, die Kapitalisten, das ist ja doch böse. Und wenn man guckt in die letzten Zahlen, die letzten Bruttoinlandsproduktzahlen, da sind ja die Unternehmensinvestitionen im vierten Quartal gesunken um ungefähr dreieinhalb Prozent. Und wenn man guckt, was war die Staatsausgabe, die sind gestiegen nochmal um zwei Prozent. Und wenn wir dann so einen Prozess haben, wo Unternehmen sich immer mehr zurückziehen und gehen und der Staat das ausleihen muss, gehen wir auch so langsam in so eine hohe Staatsquote oder in so eine Gesellschaft rein, die ich auch nicht haben will. Und da sollten die Unternehmen lieber andere Signale setzen, vielleicht mal einfach bewusst investieren in Deutschland und vielleicht sagen, wir müssen das über andere Kosteneinsparungen reinkriegen, wo ich vielleicht höhere Energiekosten habe. Und deswegen ist das mein Bär der Woche, wenn es Unternehmen gibt, die so ein bisschen unser Zusammenhalt und unser System schlecht machen, dadurch, durch ihre Aktionen. Tja, Konzerne sind knallhart. Die kennen sozusagen keine Gnade, die nutzen das aus. Und das, ja, vielleicht zwei Bemerkungen. Punkt eins, der Mittelständler kann es nicht, der kann nicht weg. Der bleibt hier, an dem bleibt es letztendlich hängen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade bei den Energiepreisen so wichtig, dass wir verhindern, dass Deutschland deindustrialisiert wird. Ich glaube, das ist eine Gefahr mit dem erwähnten Werk, das nach China auswandert. Das ist schon eine Gefahr, die sollten wir im Auge behalten, trotz aller Ehrgeiz bei der Energiewende. Und das Zweite, du wolltest noch eine zweite Bemerkung machen. Naja, dass der Mittelstand, der kann das nicht, der bleibt hier. Ja, gut, dass wir den Mittelstand haben, würde ich sagen. Aber findest du nicht, ich weiß noch, bei uns war das so, irgendwann gab es, wir haben einen Immobilienkredit abgeschlossen mit einer Bank. Und irgendwann gab es ja die Diskussion, ist die Widerrufsklausel nichtig oder nicht nichtig? Und da gab es ja so ein paar juristische Feinheiten und dann konnte man einfach kündigen, weil die Widerrufsklausel nicht ordentlich war und man hätte einen günstigen Kredit bekommen. Und ich saß mit meiner Frau da und wir haben uns gefragt, machen wir das? Und dann haben wir gesagt, nee, weil diese Entscheidung war für uns nicht zuständig, dass wir den Kredit abgeschlossen haben. Es war völlig egal, Widerruf, den kannten wir, dass man das innerhalb einer bestimmten Frist wiederholen kann und so weiter. Und dann musste nicht noch irgendwie die Adresse der Bank draufstehen und noch das in einer besonderen Klausel formuliert sein. Und dass es für uns nicht ursächlich war, haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und sowas würde ich mir auch mal wünschen. Man hätte es aber machen können, hätte bestimmt, weiß ich nicht, vielleicht hätten wir 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro gespart. Aber ich finde das, wie gesagt, man gehört sich nicht, das klingt jetzt wieder so spießig, also weiß ich nicht. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, nee, auch wenn ich das hätte machen können und wenn das wirklich legal gewesen wäre, fand ich es nicht legitim. Und so finde ich auch bei anderen Sachen, dass es nicht legitim ist. Hast du da nicht, wo man so ein Störgefühl hat? Ich bin ja ein Mittelständler, wenn du so willst und komme aus dieser Unternehmenswelt und habe mich oft genug geärgert über das Gebaren der Konzerne. Also von der Seite, ich mag dir da gar nicht widersprechen. Ich sehe das genauso. Also ich pflichte dir bei, ganz sicher, weil ich aus der gleichen Welt komme und das definitiv auch anders gelernt habe. Aber es ist halt leider nicht ganz so, wie wir uns das wünschen. Okay, stimmt, du hättest ja auch klagen können, hast du ja vorhin erzählt, als es da um die Reste deiner, eurer Bank ging. Und ja, hast du ja auch nicht gemacht. Und du hast nach vorne geschaut und hast gesagt, okay. Genau, nach vorne. Was ist eigentlich mit eurer Familie jetzt passiert? Sind die anderen auch alle Banker? Was sind die geworden aus dieser Bankendynastie? Oder hast du jetzt eine neue Dynastie geschmiedet? Oder wie würde man das jetzt sagen? Oder ist die gar nicht unterbrochen, weil du es doch wieder hingekriegt hast? Genau, so würde ich das mal sehen. Das ist nicht unterbrochen. Also gibt es die siebte Generation. Ich bin jetzt genau die sechste Generation. Mal gucken, ob es eine siebte nachfolgt. Der eine interessiert sich schon. Der älteste sehr stark für diese Thematiken. Meine Schwester ist übrigens was ganz anderes. Die ist Radiologin. Die ist Ärztin. Oh, da könnte die KI kommen. Mustererkennung. Aber trotzdem, am Ende will man dann doch die Botschaft überbracht haben von einem Menschen. Aber das können dann auch die Krankenschwester sein. Auf ihrem Bild habe ich das und das gesehen. Mal gucken. Aber die macht sich noch keine Sorgen. Nein, die macht sich noch keine Sorgen. Und ich glaube, die letzten 20 Prozent muss ein Mensch noch erledigen. Wahrscheinlich. Ich glaube, sie wäre glücklich, wenn die Maschine mehr tun würde. Aber wird sie wahrscheinlich. Ich glaube, das wird schon so kommen. Es gibt ja auch so neue Sachen, wo du bei der Operation wie so eine Einparkhilfe kriegst. Und dann einfach das Gerät dich dann sagt, nee, nee, hier rechts will ich nicht weiter operieren. Weil das kennen wir schon aus anderen Sachen, dass es schief gelaufen ist. Ich finde, was da alles möglich ist heutzutage schon. Aber ich glaube, ich werde trotzdem kein Operateur. Auch nicht mit einem Roboter. Auch nicht mit einem Roboter. Das wird nichts bei mir. Und Einzelaktion hast du auch nicht. Sonst hättest du vielleicht Intuitive Surgical. So, dann sind wir bei Einzelaktien bzw. Nicht-Einzelaktien. Dann wollen wir jetzt zum Thema kommen. Und du willst uns ja jetzt den Fall schildern, warum man vielleicht besser betreut, spart, als das ganz auf eigene Faust macht, um dann festzustellen, dass man es falsch gemacht hat. Ich würde sagen, bühne frei. Okay, also Punkt eins habe ich gar nichts gegen Selbstentscheidung. Ich war ja selber einer. Und ich glaube, dass es auch für jede Anlagekarriere positiv ist, wenn man Erfahrungen sammelt. Auch mit Gewinnen und mit Verlusten. So, aber Fakt ist, also ich kann auch mein Wohnzimmer streichen, wenn ich dazu Lust habe. Aber Fakt ist, dass andere noch viel besser können. Das habe ich selbst überprüft, dieses Beispiel. Ihr habt eine Seite, ihr habt eine Seite, hast du gestrichen. Das ist die Karl-Seite, sagt die Frau immer bei Gästen oder wie ist das? Nee, die mussten dann alles neu streichen, damit es gut aussah. Also nicht jeder kann das selber machen und will das selber machen. Und deswegen, ich gönne jedem seine eigenen Erfahrungen. Aber 95 Prozent der Deutschen, die brauchen Hilfe. Die verstehen vielleicht inhaltlich, ja, ich habe ja 10.000 Euro und ich sollte die am Kapitalmarkt anlegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe vielleicht auch keine Lust. Und do it for me, habe ich vorhin gesagt, das ist das Stichwort. Und diese Lösung muss eben sein. Dazu kommt, was du angedeutet hast, dass die meisten Menschen bei der Geldanlage sich sehr stark von Emotionen treiben lassen. Die lesen zu viele Nachrichten und dann steigen sie aus und finden in der Regel nicht zurück in den Kapitalmarkt. Oder sie kaufen zu viel unternehmerisches Risiko, dass sie eine Weihigkeit haben. Oder auch, ja, eine Deutsche Bank ist ja auch gefallen von 100 Euro auf unter 10. Und dieses unternehmerische Risiko brauche ich für meine, oder sollte ich für meine Basisanlage gar nicht haben. Und wenn ich dort eben ganz breit diversifiziert bin, international gestreut bin, am Ende über mindestens 10.000 Aktien sozusagen mein Geld verteile, dann bekomme ich, wenn du so willst, die unternehmerische oder die Rendite der Marktwirtschaft in meinem Depot. Und die ist eben höher wie ein Rentenpapier, wie eine sichere Anlage. Und da die wenigsten Menschen eben die Disziplin haben, weltweit zu diversifizieren und ihre Emotionen nicht im Griff haben und auch selber vielleicht das Zimmer nicht so gut streichen können, sage ich, braucht man auch sozusagen Partner, die in der Lage sind, do it for me. Und ja, da sozusagen das immer eine Vertrauensfrage ist und gerade bei der Geldanlage ja das Ergebnis in der Zukunft ist, diesen kleinen Schlenker muss ich natürlich noch machen. Holger, würde ich immer dazu raten, in provisionsfreie Produkte zu investieren. Das kann ich selber machen, indem ich ETFs nehme. Und wenn ich sozusagen keine Ahnung habe oder mich nicht damit beschäftige, dann sollten das ein Partner sein, die eben keine Provisionsinteressen haben, sondern die das schön sauber für mich abwickeln. Und dann auch in Robo-Advisor. Das heißt jetzt auch mal, das Stichwort Robo-Advisor kommt hier nochmal, die das kostengünstig für mich machen und möglichst automatisiert und möglichst kostengünstig. Genau, den Robo-Advisor, wie wir ihn ja haben, der macht das sehr, da kaufe ich ja quasi ein fertiges Portfolio. Also ich muss, ich sage mal, mit einer Mini-KI sozusagen meine Risikotragfähigkeit klären, was nichts anderes heißt, wie viel Verlust halte ich aus. Halte ich nur 10% Verlust aus oder halte ich 30% Verlust auf, ohne dass ich nervös bin, ohne dass ich nicht mehr schlafen kann. Und wenn das geklärt ist, wie viel Verlust ich aushalte, dann legt man damit quasi auch die Aktienquote fest. Für jemanden, der jetzt wirklich sozusagen ein längeres Sparzieher hat, da kann man 70, 80% Aktienquote locker vornehmen. Und dann kaufe ich eben bei einem Robo, der macht dann für mich die Details. Da kläre ich, wie gesagt, wie viel Risiko will ich, wie viel Geld will ich einmalig anlegen und wie viel monatlich. Was ich immer raten würde, sozusagen regelmäßig auch zu sparen. Und dann geht es los. Und ich freue mich an einem schönen Vermögen, wenn ich dann 20, 30 oder vielleicht manchmal auch 40 Jahre später drauf schaue und dann verzehre. Und wie habt ihr das letztes Jahr gemacht, als sowohl Aktien als auch Anleihen gefallen sind? Und Anleihen ja teilweise sogar noch stärker als Aktien. Da war ja die Anleihequote nicht der Risikopuffer oder die Abpufferung des negativen Aktienbetrags, sondern hat es sogar noch akzentuiert. Wie war das dann? Und haben dann die Leute bei euch alle angerufen, gesagt, ich habe da nur 10% Verlust angegeben, jetzt habe ich hier 15, was ist los? Also du hast natürlich recht, dass letztes Jahr schon ein ganz besonderes Jahr war, weil wir einen Aktiencrash hatten, wenn du so willst und aber auch einen Anleihencrash. Und dadurch, dass wir eben sozusagen ganz breit gestreut haben, hatten wir in der 100% Aktienstrategie nur 10,5% Minus, hatten aber eine relativ geringe Spreizung bei den Strategien, die einen hohen Rentenanteil haben. Ich glaube, das ging bei 7, 8% Minuslosen. Und daran siehst du schon, dass sozusagen das Band sehr, sehr eng war und eben die Anleihen das nicht geleistet haben, was wir von ihnen erhofft haben. Trotz alledem, durch diese extrem breite Streuung, ich glaube, der MSCI World war minus 18, habe ich natürlich trotzdem wesentlich weniger Verlust gemacht, als wenn ich sozusagen nicht so breit gestreut agieren würde. Da wir aber auf der Rentenseite eben ganz viele kurzlaufende Produkte drin haben, habe ich jetzt natürlich den Effekt, dass sozusagen die Niedrigverzinsen schon ausgetauscht werden durch höherverzinste Rentenpapiere und ich sozusagen dann jetzt schon auch profitiere von der neuen Zinssituation. Sehr gut. So, jetzt muss ich natürlich, weil ich ja mies bin, habe ich immer den Bloomberg im Hintergrund laufen und muss sagen, der MSCI World hat letztes Jahr in Euro gerechnet minus 13,5 gemacht. Minus 18 war ein Dollar. Aber wir sind ja Euro-Menschen. Und jetzt muss man ja fairerweise sagen, das ist immer so, ich bin stolz und so. Deswegen, und da habe ich jetzt den iShares Core MSCI World genommen, das ist wohl für mich immer die Benchmark, damit das jetzt auch ein Produkt ist, was existiert und nicht irgendein Index, der vielleicht nicht abbildbar ist, weil da die Dividenden noch besteuert werden oder was auch immer. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Holger, denn man kann die Märkte nicht vorhersehen. Ich höre ja auch gerne euren Podcast und letztendlich eure Geschichten über die Einzeltitel. Das finde ich natürlich super, aber ich glaube, ich habe letztes Mal eine Statistik gesehen, also die Fondsmanager nach einem Jahr schaffen irgendwie 86% den Markt zu schlagen und nach zehn Jahren sind das, glaube ich, irgendwie, also 86% schaffen nicht den Markt zu schlagen und nach zehn Jahren schaffen quasi nur 4% den Markt zu schlagen beziehungsweise 96% eben versagen und schlagen eben nicht den Markt. Und deswegen unsere ganz große Philosophie, die ich auch in meinem Podcast zum Besten gebe, ist wirklich, prognostiziere den Markt nicht, sei einfach investiert. Und deswegen, wir wollen gar nicht outperformen sozusagen die Märkte, sondern wir wollen die Rendite der Märkte und die ist eben schon echt gigantisch. Und wenn du über zehn Jahre mal anlegst, ich habe eine Zahl im Kopf, dass vor Kosten hatten wir 8,6% Rendite und das ist wirklich sozusagen die Kraft sozusagen der Marktwirtschaft, der freien Märkte, des Unternehmertums, die du dann auch in dem Portfolio wieder siehst. Soll ich mal gucken, was der MSCI Welt gemacht hat im gleichen Zaun? Guck, ich bin jetzt so mies. Ich gehöre ja zu den Leuten, die jetzt mal gucken, was der MSCI Welt gemacht hat. Du meinst zehn Jahre, das mache ich immer live mit Dividende. Und da ist sogar die Dividende schon, du sagst fünf Jahre oder zehn Jahre? Zehn Jahre, bis Ende 2022. Okay, fünf Jahre waren es 10,2% und zehn Jahre sind es 11,2%. Karl, tut mir leid, Underperformer. Mein Sohn würde sagen, du Underperformer, geh mir aus der Sonne. Ja, du musst natürlich jetzt das Risiko anschauen. Ja, Risiko hat ich aus dir. Damit kommst du mir immer. Aber jetzt muss ich ja mal. Ja, du musst das Risiko und die Schwankungen anschauen. Und ich sage, und ich gebe dir vollkommen recht, ein MSCI World ETF zu haben, ist zehnmal besser als irgendwelche provisionsorientierten Produkte von irgendeiner Fondsgesellschaft mit hohen Ausgabeausschlägen und hohem Management-Feed. Das ist wirklich ein Problem. Von der Seite, jeder, der sich eigene ETFs zusammenstellt, bin ich total glücklich. Und für diejenigen, die eben dazu keine Lust haben, die müssen am Ende zum Robo gehen. So, ich gucke jetzt mal den maximalen Drawdown vom MSCI World in den letzten, wie viele Jahren, soll ich mal gucken? Seitdem ist der maximale Drawdown bei 2020 minus 34%. Und da habt ihr wahrscheinlich weniger gemacht, nehme ich an, oder? Ja, ich habe aber die Zahl jetzt nicht im Kopf. Okay, gut. Jetzt komme ich mal zu meinem Punkt. Also ich würde ja sagen, was mein Problem ist mit RoboAdvisern, ich bin ja auch ein großer Anhänger von RoboAdvisern, das wissen auch viele, die hier zuhören. Und ich bin ja selbst mit meinen Kindern bei Oskar und habe das mal ausprobiert. Das Problem, was ich mit RoboAdvisern habe, dass es A immer mehr gibt und dass ich B überhaupt nicht weiß, was die machen. Und für mich ist ja das Schöne von einer ETF-Anlage, ist ja, ich kann genau gucken, wie viele Werte sind da drin, da wird fast täglich geguckt, dann kann ich auch sagen, wie viele Dividenden sind da ausprobiert. Also wenn sich so ein Rechenschaftsbericht mal durchliest, das Schöne ist nämlich, ETFs sind einstmals, eigentlich waren das keine Privatanlegerprodukte, sondern das waren eigentlich Produkte für institutionelle Investoren. Und deswegen sind die halt so transparent und deswegen wird auch so viel ausgewiesen. Deswegen ist das so eine wunderbare Anlage, deswegen liebe ich sie auch. Und diese Transparenz, die man hat, wo man sagt, okay, will ich jetzt eine Einvorlösung haben zum Sparen, also MSCI All Country World, dann weiß ich, habe ich die drin. Fertig, wenn ich sage, okay, ich brauche ein bisschen Emerging Markets mehr, dann würde ich vielleicht nehmen MSCI World, MSCI Emerging Markets. Und wenn ich sage, okay, Europa ist mir zu niedrig, deswegen mache ich das nachher zu. Aber dann weiß ich das und es ist relativ einfach, sich selbst zusammenzubauen. Wenn ich mir aber jetzt mal die RoboAdvisor angucke, es gab eine schöne Studie von Focus Money. Die haben mal aufgeführt, die RoboAdvisor, und haben die dann nachher hervorragend sehr gut und gut sortiert. Und dann gucke ich da rein und sehe beispielsweise, bei den Newcomern finde ich beispielsweise Evergreen ist hervorragend. Dann gehe ich auf die Seite von Evergreen. Das ist ein Unternehmen aus Leipzig. Wir hatten die am Samstag im Podcast auch, weil da der Kollege von Bling meinte, sie wird mit denen demnächst das machen. Ich gucke auf die Seite und sehe dann, wie wild Aktienquoten, Anleihequoten, Cashquoten hin und her. Das sah mir aus, als ob jemand einen Hedgefonds gebaut hätte. Aber ich wusste am Ende überhaupt nicht, was machen die denn da? Und was kommt denn da für eine Rendite bitte schön raus? Und das ist bei vielen RoboAdvisern, weiß ich mittlerweile nicht mehr, sind das jetzt aktive, sind das passive, stellen die einfach nur die Gewichtung wieder her, machen die dies, machen die das. Viele werden jetzt sagen, ich fahre Auto, da will ich auch nicht wissen, was unter der Haube los ist. Hauptsache das Auto fährt. Stimmt. Aber wenn ich mir auch diese Umfrage hier oder diese Sache von Focus Money angucke, da gibt es Renditeunterschiede von maximaler Performance 8% bis maximaler Performance 31%, von maximaler Dreijahresperformance von 73% und von maximaler Dreijahresperformance von 31%. Da gibt es Monsterunterschiede. Und ich weiß vorher überhaupt nicht, was ich habe. Und weil du sagtest, naja, ich will am Ende wissen, was ich habe, das weiß ich überhaupt nicht. Und wenn ich zum Friseur gehe, dann sehe ich wenigstens, da weiß ich auch nicht am Anfang, das ist auch ein Vertrauensgut. Ich gehe da hin und dann komme ich danach wieder, aber die Haare wachsen danach wieder. Bei einem RoboAdvisor gucke ich dann irgendwie vielleicht nach zehn Jahren hin und denke mir so, warum gehören die denn jetzt zu denen, die hier nur die drei Prozent gemacht haben oder die zehn. Ich habe überhaupt keine Transparenz. Und dieses ganze Gewuche an RoboAdvisor, die es jetzt gibt, oder gibt es noch das? Und ich habe jetzt auch noch dazu die Anlageklasse. Oh, und ich habe noch das. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt noch in Musikrechten und der macht noch hier und der macht noch das. Und dann gibt es noch den, der hat jetzt auch noch Private Equity dabei. Ach, wie schön. Und das können jetzt bisher nur solche Leute machen. Das können jetzt auch andere. Und ich denke mir so, äh, was? Und am Ende ist es für mich ein völlig, es ist für mich eine Black Box geworden, diese RoboAdvisor. Und deswegen würde ich immer sagen, jemand, der halbwegs intelligent ist, da braucht man jetzt keinen überdurchschnittlichen IQ, da reicht, wenn man mittelmäßig begabt ist, zwischen 95 und 110. Also wenn man genau in der Kurve oben liegt, das reicht, dass man einfach sagt, okay, ich nehme ein MSCI All Country World oder ein MSCI World und ein MSCI Emerging Market oder ein MSCI World Emerging Market und noch dazu ein MSCI Europe dazu und fertig ist es. Und da muss ich mir nicht noch irgendwie, ähm, a, da diesen Prozess beim RoboAdvisor machen, wo ich auch, wo auch ganz komische Fragen teilweise gestellt werden. Ihr habt das vielleicht ganz großartig, aber wenn ich bei anderen denke, so, was machen die? Und am Ende kriege ich irgendeine Auswahl. Ach, Holger, Holger. Und deswegen finde ich, finde ich, ist meine Sache immer, selbst ist der Mensch. Und klar, ja, ja. Und klar würde ich sagen, immer besser, dass sie zu euch gehen, dass sie gar nichts machen. Aber wie viel, es kostet ja auch am Ende mehr wahrscheinlich, wenn man es bei euch macht. Ich glaube, ihr seid eine der günstigsten, zumindest seid ihr hier hervorragend unter Kosten eingerichtet und habt, glaube ich, 0,48, wenn ihr es günstig macht. Aber die kann ich auch sparen. Ja, Holger, aber 95 Prozent der Bevölkerung, die wissen gar nicht, wie sie investieren sollen und wollen. Und die wissen vielleicht gar nicht, was ein MSCI World ist, All Countries. Und die wissen vielleicht auch gar nicht genau, was ein Depot ist. Das wissen die einfach nicht. So, dein Wärmetechniker von vorhin, dein Bulle der Woche, der braucht vielleicht die Hilfe, wie er am Ende Geld anlegen soll. So, und die, die es wissen, herzlich gerne. Das ist ja kein Problem. Die sollen ein paar ETFs nehmen. Wir sind ja auch große Fan von ETFs, keine Frage. Und gut ist. Aber für diejenigen, die sagen, warum auch immer, do it for me, weil sie keine Ahnung haben, weil sie keine Zeit haben, weil sie keine Lust haben und lieber mit dem Rasenmeer durch den Schrebergarten laufen. Die, die brauchen vielleicht irgendwo Hilfe. Und ich gebe dir recht, natürlich so ein Robo, muss man sich auch mit beschäftigen. Wie legt der Geld an? Und was wir tun, ist natürlich sehr viel Aufklärung. Ja, ich mache deswegen klug Anlegen in dem Podcast. Wir beschreiben unsere Anlagephilosophie bei Quirion und, 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 um eben dieses Vertrauen zu schaffen und klarzumachen, wie legen wir Geld an. Und unsere große Maxime ist, dass man kann den Markt nicht schlagen. Das ist richtig. Wir wollen gar nicht den Markt schlagen, weil es unmöglich ist, am Ende dauerhaft, ich habe es ja vorhin gesagt, nur vier Prozent nach zehn Jahren schaffen, irgendwie den Markt zu schlagen. Leider kennen wir die vorher nicht. Und deswegen wir, auch wir konzentrieren uns darauf, sozusagen möglichst intelligent, den gesamten Markt der Aktien in ein Portfolio zu packen, sodass du oder andere, die keine Lust haben, sich darum zu kümmern, sozusagen an den weltweiten Rendite des Unternehmertums partizipieren können. So, und genau dafür gibt es quasi den Robo. Und da gibt es natürlich auch Schlechte, die aktives Management machen und, und, und. Und deswegen, ich muss mir natürlich, wenn ich mich für ein Robo entscheide, eben auch mit dem Anlagekonzept, sozusagen, beschäftigen. Und ich kann dir dann nur sagen, ja, am Anfang gibt es irgendwie 30, 40 Robos und es ist kompliziert, es ist ein Chaos, weil der Markt neu entstanden ist. Aber de facto gibt es heute drei große und das war's. Und alle anderen, die werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich kleiner werden oder das gibt es gar nicht mehr. Und deswegen wird dieses Unübersichtliche, was du zu Recht ansprichst, sich bestimmt ein wenig, sozusagen, reduzieren. Ich sage mal, wir stellen auch fest, dass gerade diejenigen, die davor, das sind übrigens so 20, 30 Prozent der Menschen, haben vorher noch nie Geld angelegt am Kapitalmarkt, die bei Quirion anfangen, dass die natürlich schon sehr stark, zum Beispiel, wir haben einen Finanztest gewonnen, zweimal, eben natürlich auch mit solchen Siegeln agieren, und dann anfangen Sie sich zumindest mal eine kleine Anzahl von Robos genauer anschauen und sich dann hoffentlich gut entscheiden. Aber ich glaube, das wird sich geben und unterschätzt bitte nicht, lieber Holger, wie viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben, was ein MSCI World ist. Aber ich finde es viel einfacher, ein ETF auf dem MSCI World zu haben, wenn mir jemand noch eine WKN nimmt, als dass ich mir einen Robo-Advisor aussuchen kann. Ja, aber Fakt ist, dass die meisten Menschen haben ohne einen ETA-Fonds oder einen Union-Investment-Fonds. Ja, auch das ist ja noch besser, als gar nichts zu haben. Ja, aber es ist besser, als gar nichts zu haben. Ja, da hast du recht. Aber jetzt überleg mal Folgendes. Du kommst jetzt, hast keine Ahnung und sagst, ich will jetzt noch was Grünes, Nachhaltiges haben. Dann kommt noch dieses Label Nachhaltigkeit. Und da kommen jetzt ganz viele neue Robos hoch, die irgendwas mit Nachhaltigkeit machen. Und die haben noch weniger Transparenz. Und ich dachte mir so, ey, bitte, das wird ja immer unübersichtlicher. Und diesen Auswahlprozess, den kann ich nicht unbedingt sehen, weil die Eintrittsvarianten sind relativ niedrig. Aber Hände weg von Robos, die dir nicht erklären, wie das Geld angelegt wird. Das ist eine relativ einfache Regel. Die sollte man beherzigen. Und dann, glaube ich, hat man nicht die Probleme, von denen du sprichst. Echt? Aber was ist denn, wenn jemand sagt, ich komme aus dem Risikomanagement. Ich weiß genau, welches Risiko du, nicht nur Risikotragfähigkeit, welche du tragen kannst, sondern auch welche, die du selbst spürst und nicht spürst. Also ich habe diese beiden Aspekte mit dabei. Und ich manage für dich das so, dass du das besser machst. Und das mache ich auch noch nachhaltig für dich. Das würde mich doch schon mal, da würde ich sagen, Mensch, echt, das machst du für mich. Aber du hast doch einen gesunden Menschenverstand heute. Ja, warum denn? Aber was denn, wenn jemand kommt und eine schöne Webseite hat, eine tolle App hat? Darum soll irgendein Assetmanager die Zukunft vorhersehen können? Kann er doch nicht. Du kannst doch auch nicht deine Zukunft sehen und meine auch nicht. Ich kann auch meine nicht sehen. Kein Mensch kann die Zukunft sehen. Wir wissen alle nicht, ob morgen der Krieg zu Ende ist oder weiter geht. Kein Mensch und auch Goldman Sachs oder die Deutsche Bank oder die EZB kann auch nicht die Zukunft sehen. Und ich verstehe immer nicht, warum das eigentlich jedem klar ist und trotzdem jeder glaubt, dass gerade irgendein dahergelaufener Assetmanager in der Lage ist, sozusagen die Zukunft vorherzusehen. Das geht nicht. Und deshalb Hände weg von aktiven Robos, das bringt nichts. Und dafür werde ich bestimmt nur viele Reden schwingen, damit da Vernunft sozusagen Einzug hält. Gut, vielleicht kommen wir jetzt noch, um vielleicht nochmal allen Menschen zu sagen, wo der Unterschied zwischen einem aktiven Robo und einem passiven Robo ist. Also kurz, wie ich das verstanden habe. Es gibt halt welche, da hat man eine Ausgangsallokation. Man sagt beispielsweise 50 Prozent Amerika oder 30 Prozent Amerika, 10 Europa, 10 irgendwas. Und dann verschiebt sich das ja innerhalb eines Jahres. Und wenn da bestimmte Grenzen übersprungen sind, also wenn dann Amerika so doll gelaufen ist, dass man dann auf einmal statt 30, wie man es ursprünglich haben wollte, 40 hat, sagt man, okay, wird es wieder zurückgesetzt. Und das ist ein Passiver. Und dann gibt es aber welche, die sagen, oh, heute, der Volatility-Index ist ganz hoch, da müssen wir mal die Aktienquote runternehmen und die Anleihequote hochnehmen. Wird immer hin und her gehandelt, das werden aktiver. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du ganz gut verstanden. Der Passive ist natürlich auch aktiv. Der wechselt mal Produkte aus, die schlecht sind oder passt es eben an, zum Beispiel anhand der weltweiten Allokation des Kapitals. Der ist also auch aktiv, aber er macht keine Prognosen, setzt keine Prognosen. Der andere, der tut zwar, als ob er das Risiko im Griff hat und timet die Marken, die Märkte. Und das funktioniert eben nicht. Egal, ob ich das mit Provisionen mache, ob das ein Robo macht, ob das ein Asset-Manager in der Bank macht oder ein Vermögensverwalter. Mittel- bis langfristig kann keiner die Märkte schlagen. Das ist die Wahrheit. Und das ist, wenn du so willst, auch die Mantra, die ich versuche im Podcast klarzumachen, dass man eben nicht darauf reinfällt, dass man die Märkte outperformen kann. Und deswegen sage ich, sozusagen als Handreichung macht Einzelaktien, macht das, was Spaß macht, mit 20 Prozent deines Vermögens, aber 80 Prozent deines Vermögens solltest du sozusagen in deiner Diktion passiv anlegen und nicht zocken. Ja, jetzt haben wir es doch gut zusammengefasst. Kann man das irgendwie relativ schnell rausfinden, was es für ein Robo jeweils ist? Weil ich habe festgestellt, da muss man teilweise schon sehr genau gucken. Weil manche, die passiv sind, sagen aber, sie werden aktiv, damit sie nicht den Passiv-Anschein haben. Aber eigentlich sind sie nur so, wie du gesagt hast, dass sie die Gewichtung wiederherstellen oder irgendwie mal einen normalen ETF durch einen grünen ersetzen und so weiter. Wie kann man das rausfinden, ganz einfach? Also man kann das auf den Webseiten rausfinden. Wie gesagt, der Markt ist tatsächlich, da hast du recht, noch ein bisschen grün und noch nicht so klar. Aber ich denke mal, in den nächsten Jahren wird es für die meisten Menschen auch klarer, wer für was steht. Okay, gut. Karl, jetzt haben wir eigentlich das Thema auch umrundet. Haben wir irgendwas noch vergessen? Nein, alles gut, ich glaube. Irgendwie haben wir doch die Welt umrundet in, ich weiß nicht, wie viele Minuten, eine Stunde, oh, eine Stunde 50. Jetzt haben wir länger als die 1,30. Aber wenn schon mal Karl da ist, der die Welt disruptiert hat und der früher wild hin und her gehandelt hat und jetzt zur Besinnung gekommen ist, dann kann man auch mal 20 Minuten länger durchhören, als man das sonst tut, würde ich sagen, oder? Natürlich. Mir hat es großen Spaß gemacht, Holger. Das hat es mir auch. Und dann sage ich vielen Dank, dass du den ETF ersetzt hast. Ein würdiger Franke hat einen anderen Franken ersetzt. Das ist wirklich ein würdiger Ersatz. Jetzt muss ich noch ein Bild machen. Ich muss ja irgendwie gucken. Ich sitze ja bei der Kleiderkappe. Es sieht noch ein bisschen, wir nehmen mich ja heute nicht in einem Studio auf. Ich muss das irgendwie schöner machen. Dann möchte ich noch ein schönes Bild. Weil du siehst nämlich gut aus. Ich sehe aus wie mit so einem Heiligenschein. Du siehst nicht so doll aus. Aber gut, jetzt würde ich halt mal mit Heiligenschein ein Bild machen, damit ihr dann auch noch seht, was für ein Mordskerl der Karl ist. Und wo kann man dich hören und lesen? Wahrscheinlich deinen Podcast kann man hören? Genau, den kann man... Wo kann man dich noch finden? Ja, ich veröffentliche alle 14 Tage ein Newsletter oder ein Tagebuch. Ja. Zum Beispiel. Ja, und brauche ich. Okay. Jetzt habe ich ein schönes Bild gemacht. Jetzt, wenn die Leute mehr wissen wollen, kommen sie da zu dir. Ich sage vielen Dank, Karl, und dass du hier eingesprungen bist. Und bis demnächst. Und hat viel Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Ja, vielen Dank, Holger. Tschüss.